so 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 hast du den stream schon gestartet also kann man schon was sehen ich bin am anfang mal leicht überfordert so irgendwie backt es ein bisschen bei mir ja also ich meine stream von dir ist nicht gut und backt es so ich weiß woran das liegt glaube ich schon drei likes obwohl noch niemand da drin war also ich habe gerade auch geliked das gestern stream glaube ich zwei abos gemacht noch ja habe ich ja das war schön schön ich muss kurz hessen ja ein bisschen weiß ich nicht der rote punkt so ganz vorne so ein kürz und so ja sagt mir besser natürlich minecraft und so schon fünf likes werden jetzt noch gleich hast du selber geliked ach so kommen die fünf likes ja einzuführer fünf likes ach so das ist so youtube soll mich mal eine runde starten ja solo geht nicht gibt ja auch sinn so ach so wir sind auch in der party ich hoffe mal die musik ist nicht das kriegt man wenn man gewartet hat bei diesem mob world hast du eigentlich auch dieses ding zum escape hier nee das habe ich nicht was hat man das eigentlich bekommen ich weiß es nicht mal wenn du minecraft bedrock gekauft hast bevor das so gemerged wurde was bringt mir das eigentlich so schon also bedrock sozusagen dann jetzt noch mal geschenkt zu bekommen ich kann nicht zweimal bedrock haben keine ahnung kann ich das geschenke bedrock haben und das gekaufte bedrock da drüben die bauen die sich rüber nähe na ja doch ja doch die sind schon hier wie hat er das gemacht läuft ja super wir sind so schön auch nee dieser hund schon wieder wie hat er das gemacht das habe ich jetzt nicht erwartet so ich habe mir erst mal ein bisschen wollen gerade noch ein audio einstellungen machen oder sie früher war nö der doch nicht soll das mal bett abbauen von denen ach die haben schon mit holz eingebaut war super junge mit holz er braucht aber auch ein bett mit holz sein ja ich hast du auch von uns das ab was so ich hole den hier ich kann nicht mehr spielen und dann den zettel weißt du noch zettel den zettel wo man weitermachen kann ah lampho ist im stream moin moin ah moin lampho warum noch sprachstags ich hab dich auf whatsapp angeschrieben da kam nicht viel ja auch nicht viel hä 3 zu flur auf einmal hä wir zahlen also youtube gibt manchmal keinen sinn ja finde ich bei mir wird nur 2 angezeigt keine ahnung das ist komplett verpackt ja ich weiß hä warum kommst du auch sprachkanal oder nicht oder hä wann hat lampho eigentlich geschrieben ah in 15 minuten kommt er ok ich guck auf die uhr nein wir penn schon wieder warum hast du eigentlich gestern nicht um halb ausgemacht wie du gesagt hast ich hab gesagt wenn ich sterbe wenn ich sterbe mach ich aus ja ja aber davor hast du gesagt um halb ist spätestens Schluss ja aber dann hab ich noch hinzugefügt irgendwann wenn ich sterbe dann mach ich Schluss und nie mehr hä dann bist du eingebaut ach so ich kann nicht mehr bauen ich will nicht bauen willst du nicht bauen äh ich kann es selbst nicht aber äh soll ich es riskieren was willst du probieren was willst du probieren oh ok ich lass es lieber er hört mal meine maus im stream eigentlich ne glaub nicht und wenn ich jetzt runtergefallen wäre es mir so peinlich gewesen ich hab ja auch so eine software die ein bisschen hintergrundgeräusche weg macht ist recht praktisch weißt du was ich gestern nicht verstanden hab der ganze stream so mit zwei drei zuschauen und wo du ausmachen willst da kamen gefühlt alle ja das ist immer so immer irgendwann um halb zwölf dann stream doch nur noch um halb zwölf bis so ganz bis so bist du zum morgen ne ähm wie viel kosten jetzt hier sharpness das ist ja immer unterschiedlich ach so ja vier diamonds ja wir wollen die jetzt sharpness ich glaub das ist bei du äh bei duos gleich bei vier oder ne bei trios und duos ist es immer unterschiedlich das sieht aus wie solo hier ja das ist wie solo ja das kann schon sein äh lass mich mal überlegen äh gelb ist hier gelb ist hier gelb ist hier hast du ihn? kriegst du es hin? ja sehr gut kauf dir golden apple ja ach so hast du schon warte ich hole uns mal kurz ne axt und n dingsbums äh axt und scheer hab ich grad axt gesagt? ich sag axt und hol mir ne pgx auch schlau so und jetzt hole ich mir noch golden apple hallo ja ich nehm einfach alles mit weil es bringt die kiste nix mehr wir können jetzt einfach rumlaufen wir müssen ja nix mehr beschützen ja ich hab auch einfach alles mitnehmen so und ich kaufe mir noch soll ich uns diese ach du gelb 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 oh mein gott ich bin so tot ab ihm wird ab ihm wird gut junge so knapp nochmal knapp so ich kann wieder nicht mehr spielen super und jetzt runter fallen so ich kaufe mir jetzt noch ein bisschen hier blöcke und hier noch einen golden apple und dann ist alles gut so okay lass mal irgendwie betten holen gehen äh gelb kommt wieder rechts wie ich lebe noch du bist so nett ne ach so ich habe ich habe gefragt kommt ja ich habe verstanden dass du nicht mehr gut ja okay weil er stand so ist killt beinahe habe ich aber zu spät verstanden dass du ihn ja ja wohl das naja nächste runde ja genau ich frage dich frag nächstes mal ein klick so warte mal ein kompass habe ich erstmal ach so du kannst auch schon ja Dankeschön dass du lachst warte mal ja wie viele hatten wir 44 das heißt noch genau 11 minuten hast du hm hm ja ja da muss genau geduckt werden ja was macht der eigentlich jetzt in diesen 15 minuten weiß ich auch nicht im chat rum machen oder oh nicht in mein group gehen könnte aber im chat sein ich baue grad irgendwas naja äh lass mich mal überlegen was mache ich eigentlich hab ich mir auch gerade gefragt ich brauche einfach irgendwas gerade ich weiß nicht was ich brauche ach der ist also jetzt zu essen äh das ist eine schöne verdauung er isst und schaut und stream ah ja ja naja äh was hä so was bei mir ist einfach das gold weggebackt mir gibt gar nichts mehr sinn hier irgendwie gerade so ich hole mal kurz ein paar diamonds und hoffe dass ich nicht runter falle ich kann halt nicht mal mehr god bridgen also nicht god bridgen sondern speed god bridgen ja das konnte ich mal zum teil für so ein paar blöcke so fünf sechs blöcke und dann bin ich aber meistens runtergefallen naja ich gehe einfach hier auf safe auf auf safe erkenne es nicht ja ja lass mal gleich wieder diamonds holen wir können halt mit zwei diamond nichts anfangen ja hol du gleich noch welche ja doch rüstung ja wo sollen wir damit ja das ist wichtig lass dir überhaupt scharfen zu oder meinst du protection ja protection meine ich ja ja und sag das ja was soll man denn sonst mit diamonds also komm ja mach mal so ein so ein bot so äh also so bei nightbot der so nach allen 15 minuten oder so mal diese botbefehle so rein macht die man so eingeben kann vielleicht wäre vielleicht sinnvoll mhm ja ja ich weiß nicht da gibts nicht viele botcommands du wusstest nicht weil das ist das ausrufezeichen DC geht ich habe es einmal irgendwann mal gemacht aber ich habe gedacht ich habe das wieder das hat sich wieder selber gelöscht aber hat sich es nicht ja das ist schon mal vorgekommen ich glaube ich habe das blaue bett ich glaube ich habe das blaue bett das war so eine gute gelegenheit niemand war in der base bei den dann komme ich mal kurz zu dir blau blau komm zu dir ach so perfekt ey der ding ey der ding ey der ding geht der in unsere base nö ich mach das ah perfekter bug der ist mal weg von meiner nase jungen ey warum ist jetzt auch wenn wir so schnell ja der ist in unserer base ja passt hast du ihn? ja hab ich ich habe mir irgendwie 8 AP gedamaged ja hast du was hast du diamonds? ich habe 2 nein ne ah ja oh lampel halli hallo halli hallo soll ich was sagen ja schon achten da kommt jemand 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 und lukas 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 oh nein ich hatte so viel zeug im infall hä hast du ihn bitte getötet bitte töten bitte töten ja ich hab ihn doch alle du hast mein ganzes zeug ne also da war viel hab doch nicht sein zeug bekommen nein auf keinen Fall hä also auch hier oh mein gott ja ich bin halt tot ne bist du unsichtbar ja wahrscheinlich ich spiel 1 8 ne hm ja ich bin jetzt 1 8.9 ja ich bin tot dicker lebst du noch oder nicht ne gut dann geh ich jetzt zur real control lobby weil wir warten dann kurz auf Dingsbums dann kann ich ihn in die Party einladen ja bist du online oder musst du noch tausend ablicken nö ich hab gutes internet hallo bin online hast du auch Klaas Phasen äh seh ja ne noch nicht soll ich dir was zeigen guck mal Discord ja warte kurz ja warte kurz ich lade hier erstmal kurz ein ja warte mal muss ich erstmal wieder zu Discord wechseln das kann dauern ja was denn warte mal ne ja ach so ach so schön ne ja ist gut schön 500er download und 500er upload das ist krass das sieht ganz anders aus ja ich werde das ne ich werde das auch nicht kriegen ja bei uns die wollten schon gefühlt tausend mal kommen ne also jetzt sind 600 ja kommst du kurz in die Party oder bist du ja warte du bist schon ne bist du nicht hä warte ich mach dir nochmal ne Einladung ne 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 ja hier hier du kannst im Chat ein du bist drin ne ja ja ich bin drin gut dann spielen wir Mörder mit Mörder mit und ich meine Mörder oh nein ich spiel 3 3 3 3 jetzt muss ich ja wieder meine Maus wechsel oh ich kann gar nicht mehr spielen ich habe so lange nicht mehr Minecraft gespielt 15 15 15 TPS ja waiting for more players waiting wirst du eigentlich achso du bist hier hallo 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 ja ja streamst du auch mir ne hä ne wie ist Luna äh Luna seitdem ich's cleaner finde ich dachte du spielst Fabric doch nicht die 1.8 da gibt's gefühlt noch kein Fabric ich weiß nicht ob es das überhaupt gibt glaube ich nicht du weißt welchen Motte ich halt gut finde bei Fabric so für dieses Christy Dingsbums der Inventar Dingsbums da das dein Inventar so an der Seite sehen kannst das finde ich gut weißt du so ganz Inventar so ja ja das ist halt übersichtlich da weißt du was du im Inventar hast für Scribers und sowas ist halt praktisch hm spiel da eigentlich überhaupt jemand bei dir auf dem Discord Server so TikTok Tone sowas ne 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 kann man jemand überprüfen auf ich hab das Gefühl dass ihr lauter seid als ich im Stream wäre ich hab ja irgendein Gefühl das cooperative das fühlt vielleicht ne Warte mal hä ja weil vielleicht ist einfach die eine Quelle zu laut eingestellt dankeschön was ist er eingesammelt dankeschön was habe ich denn eingesammelt ich habe mich zwei gekauft ich dachte du hast es aus der dk oh grün ist hier und unser wert ist weg woher hat er denn die eisen rüstung wie ich konnte in dieser zeit doch kein so viel gold aufsammeln ich habe auch schon leise ich bin halt schon gekauft wird die immer wieder aus versehen super jetzt werden wir haben ich kann nicht mehr ein scheiß dings reagiert nicht mehr zu super toll eine leih höhling ob ich denkst du auf k ja digga ich kacht ja wirklich auch mit einer stellen ihr seid lauter so auch digga jetzt eigentlich nein Da musst du halt so schreien, wie du's eben gemacht hast. Da war's auch extrem. Dicka, hei, hallo. Jetzt bin ich. Ich kann mich leider nicht lauter stellen, das ist das Problem, weil ich schon am Limit bin. Dicka, Epic Games. Geht doch in die Windows-Einstellung und macht den Geräuschpegel vom Mikrofon höher. Ich mach einfach euch leiser. Ja, das geht auch. Egal. Der Games reagiert. Aber jetzt auch gleich, du redest du einfach mit dir selbst so. Mit sich selbst reden. Oh, das ist jeder. Oh. If you get disconnect, you slash rejoin. Ja, da weißt du Bescheid. So. Sollten wir vielleicht mal ein Schwert kaufen. Arsch. Hat jemand eigentlich das Bett eingebaut? Ja. Ich wollte es einbauen. Ich hab's eingebaut. Ja, dann auch so mit, ähm, wie heißt das Endstone? Hm. Wie heißt denn das? So. Ach komm, perfekt. Ich hab mein Schwert gedroppt. Ah, jetzt hast du es eingesammelt. Und nur noch einen einzigen Ei, äh, äh, Golddingsbums. Golddingsbums, perfekt. Ah, jetzt. So. Kann ich mich hier einen Dingbums kaufen. So, ich baue mich mal zu den Diamonds. Wo sind die Diamonds? Gibt's hier Diamonds? Ja. Ah, ja. Wie gibt's hier Diamonds? Ich kann nicht mehr bauen. Ich will eigentlich gar nicht bauen. Ja, er muss farmen gehen. Was? Ja, aber such mal ne Höhle, Lukas, dann geht nach Farm. Ach so. Ja, und ein Dorf wäre auch nicht schlecht. Ja. Und such mal grad Obsidian. Ja, ich hab ihn gefunden. Ah, gelb kommt. Ah, ne. Kann halt durchlaufen. Wo? Wo guckt da wischen? Ich komme noch nicht, aber die könnten durchlaufen. Ja, nach nicht zu viel kommen. Ja, ich dachte, der, also zu mir ist der halt fast gekommen. Ob dann hat er wieder abgebrochen und es abgebrochen ist. Ah, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt gelb oder auch nicht. Hä? Was macht der? Der kommt immer so hype und dann geht der wieder. Das macht ja gar keinen Sinn. Was ist denn das hier? Was denn? Was machst du da drin? Ist doch schon ein Endstone. Doppelt hält besser. Ja, dann doppelt hält besser. Genau. Ja, aber doppelt hält nicht besser, wenn es überall Löscher hat. Doch, doch. Ja, doch, doch. Dann sucht sich derjenige, der sucht sich dann einfach... Das ist ein Geheimtaktik. Hallo. Das ist keine Geheimtaktik. Das ist keine Geheimtaktik. Nein, die sind dumm. Die können das nicht. Die sind einfach nur dumm. Die bauen dann extra Endstone. Ah, blau? Was ist für blau? Ach ne, die wollten das für die Diamonds. Hoff ich mal. Oh, Digga. Was hab ich für ne Dings eigentlich? Öh. Junge, ich kann halt echt nicht bauen. Ich krieg's nicht immer hin zu Sneakbridgen. Oder wie immer das heißt. Speedbridgen, ja. Ach so, das. Ganz normales Bridgen, hä? Ja, also ich kann es schon, aber Junge. Ich hab da sogar das Gefühl, dass ich runterfalle, obwohl's halt nicht geht, aber... Mh. Wollen wir mit dem Blau durch? Ich hab halt nix zum abbauen, ne? Hast du ne Pickgas? Ja, ich hab's halt. Äh. Ja. Aber wir müssen einfach den Blauen hier holen. Ja gut, mach, komm, zieh durch. Komm, komm, komm. Go, go. Hä? Ich komm. Scheiße, die haben die... Ja, der Blau, der... Ja, der geht. Komm, ich hab's sehr gut. Ich hab diese Blindheit. Oh, das ist nicht so schön. Ja, ich hol dir alles gut. Äh. Hä? Oha? Das hab ich jetzt nicht erwartet. Ja. Blau ist, glaub ich, tot. Ne. Einer. Ne, ne, alle sind tot. Ja, sehr gut. Wir haben das Team gepusht. Sehr schön. So macht man das, meine Freunde. So macht man das. Jetzt musst du... Warum erwartest du eigentlich nicht, dass ich das geschafft hätte? Du kennst mich doch. Ja, weil du hast gesagt, dass du seit 10 Jahren nicht mehr... Also geil, nicht mal laufen kannst, gefühl. Ja, das kann ich auch... Das kann ich auch nicht, aber Pfeifen krieg ich anscheinend doch nicht. Ah, perfekt. So, ich muss mir nur noch einen goldenen Apfel holen. Kann man sich eigentlich auch verzauberte goldene Apfel hier kaufen? Ne, ne. Nein. Das geht nicht. Ah, gelb ist hier. Äh, ich bin selber weg. Dann ruhig. Warum gelb ist tot? Ah, der hatte 4 Diamonds. Jetzt kann ich uns, äh, Sharpness holen. Oder ist es Protection? Ne, Sharpness. Oh, Protection ist sehr... Ist teurer jetzt. Kostet 5. Äh, Sharpness kostet 8. Ja, dann hole ich ihn jetzt Protection, so. Ich hab noch 2 Dears. Ah. Äh, es ist zu spät. Hättest du aber was gefahren? So, wollen wir... Welches Bett können wir holen? Lass mal pushen gehen. Och, Digga. Der eine hat die, Junge. Die Rüstung. Oh, Gott. Ja, alles gut. Es wird easy. Hm, voll easy. Ja, es wird easy. Haben wir noch Bett, ja, ne? Gelb kommt zu uns übrigens. Gelb, Gelb, Gelb. Ja, nicht. Gelb ist bei uns. Gelb ist bei uns. Wo denn? Hol den mal. Ach so, da. Junge, die sind nicht... Alter, du hast mich schon wieder Angst gemacht. Ach so, ich? So, welches Team sind wir? Ich weiß nicht, ob wir in Basel sind. Schau deine Pläcke an, ja? Ja, das hab ich dann auch gecheckt. Und dann hast du so... So die falschen Pläcke im Inventra. Perfekt. Habt ihr es geschafft, das Bett zu verteidigen? Ja. Ja, klar hab ich das geschafft. Wo ist Gelb? Ich hol jetzt Gelb. Die gehen mir schon mal auf die Nerven. Ja, die haben... Zwei davon haben Tier, aber so viel Spaß dabei. Ja, das ist sieben. Ich geh in die Mitte oder so. Ich hab halt eigentlich noch ein Scheinschwert. Ich hab ein Scheinschwert. Ich hab ein Scheinschwert. Hab in die Mitte. Sollten wir vielleicht ein Eisenschwert kaufen. Was kostet ein Eisenschwert? Nicht dumm? Nee, nicht hier. Was kostet ein Eisenschwert? Äh, sieben Gold kostet das. Sieben Gold. Okay, das war ein Fehler hier. Das war ein sehr großer Fehler. Hat jemand Gold? Ich kämpfe mit... Naja. Ja, ich brauch noch ein Gold. Ey, du kannst deinen Stream übrigens ausmachen. Was? Na, ich mein Lampo. Ach so. Okay, jetzt. Kannst deinen Stream übrigens ausmachen. Mark, was machst dann du da schon alleine hier? Ja, Hilfe. Mark kriegt auch reaktiv, wenn du den Stream ausmacht. Ja, Mark, mach mal den Stream aus. Ich musste mich retten. Ja, mach mal den Stream aus. Jetzt ist der schon wieder hier, dieser gelbe Typ, ey. Hä, was? Ja, hier ist sehr gut. Oh. Ich muss jetzt gelb. Ich hol mir hier. Ja, er ist tot. Sehr schön. Gut. Du hast den Stream. Hat Geld noch ein Bett? Hat Geld noch ein Bett? Ja, kann man nicht stärken, weißt du. Ähm, ja, die haben noch ein Bett. Pro Bett geholt. Jetzt... Was? Jetzt habe ich es mit allen Gelben zu tun. Super. Aber ich habe alle Low gemacht. Alle sind Low. Von Gelb. Alle sind Low. Habt ihr sie geholt? Hör, hab ich jemanden 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 geholt? Egal, ich hab jemanden geholt von den Gelben. Ja, wir sind irgendwo anders gewesen, ne? Ja. Ach so. Ah, danke. Danke. Bitte. Danke für die Hilfe. Ja, jetzt kommen die halt zu uns, aber ich habe die alle... Ich habe das Bett geholt von denen und halt nur noch einen von denen. Ja, ich push die jetzt. Egal. Äh, äh, rot ist in der Nähe. Kommt's? Ja, ja. Gut. Ich hole jetzt Gelb. Oh, Mensch. Rot ist hier, rot ist hier, rot ist hier, rot ist hier. Ja, ich habe Wichtigeres zu tun. Ja, ja. Unser Bett ist ja nicht so wichtig. Alles gut. Ja, er hat Wichtigeres zu tun. Oh mein Gott, was war das? So, ich hole den jetzt. Alles gut. Bumm, rot. Der fliegt. Haha. Ja, ja, alles gut. Ich habe ihm Fliegen beigebracht. Ja. Hör mal auf zu brennen. 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 Hör mal auf zu brennen jetzt. Warte ich mir jetzt. Hör mal auf zu brennen jetzt. Ich geh zu rot unsichtbar. Ja, ich geh zu... Ja, hol mal das Bett von denen. Naja, ich geh mit Lukas. Warte aber wo ist das... Ja, eigentlich sollte jemand in der Base bleiben. Ja, nimm mal die Diamonds mit. Ja, das schaffst du. Ey, wenn ich verrecke, lasse ich es lieber da. Schlau. Ey, ist ja gar kein Gelb mehr. Wo ist die denn? Jetzt penne ich hier nach Base. Hey, warum spawnen bei den Diamonds? Ja, Gelb ist auch tot, man. Ja, aber bei den spawnen Diamonds hier. Ja, weil sie das geupgradet haben. Ja, deswegen. Dann kann man Diamonds abstauben. Kann ich jetzt in die rote Base gehen? Ja, ich komm jetzt mit. Nein, warte, warte. Ich baue unsichtbar. Lass du, ich hab noch vier. Ich hab noch vier Diamonds. Warte, ihr lenkt es, ihr lenkt die ab. Und ich baue das ab. Hört ihr? Ihr lenkt die ab. Ne, wir rennen weg und du lenkst sie ab. Ja, genau. Ne, ach. Ne, haben wir schon Sharpness? Ne, haben wir nicht. Ich hol uns jetzt Sharpness. Und Protection? Ja, können wir uns nicht holen. Doch, ich hab vier Dias noch. Ja, wir brauchen 10. Äh, 10. Und ich hab neun jetzt. Ah, und ich hab aber noch vier in der Kiste. Ja, jetzt haben wir Protection 2. Ne, 3. Hä? Oder 2? Ja, keine Ahnung. So, wir gehen jetzt durch. Rot wolltest du holen? Ja. Ja, ich geh jetzt mit. Ach scheiße, aber eigentlich ein Eisenschwert. Rotes in der Mitte? Ja, ich geh das Bett abbauen. Oder hast du schon? Ne, hast du auch, wie losgekehrt ist? Da hab ich einen Bogen gekommen. Dann hol ich jetzt das Bett. Ja, oh ne, nicht Bogen. Doch, ich bin Bogen-Profi. Dein Ernst? Wer spielt denn Bogen in Bad Wars? Ich hasse solche Leute. Ich hol den jetzt. Aber soll ich dir sagen, was noch mehr nervt? Diese Feierbälle. Genau, Junge. Ja, ne, aber die gehören einfach dazu. Ah, hier ist, hier ist ähm. Ah, ich werd von beiden Seiten. Feuerbälle, damit spielt er nicht. Ja, warst du denn auch schon wieder hier? Egal, warum werd ich von beiden Seiten geholt? Hätten wir das nicht mehr etwas strategischer machen können? Ja, das war strategisch. 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 Genau, 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 genau. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Rot, ich hab rot. Ja, aber nicht das Bett. Einer springt. Ja, aber so ein Depp. Er kommt doch her. Okay, die kommen alle. Okay, längser ab. Längser ab. Längser ab. Lukas? Längser ab. Warte, ich bin tot. Nee, der andere. Warte, warte. Ich bin hier grad weglaufen. Ja, machst du sehr gut. So muss das. Echt? Machst du sehr gut. Ja, warte. Aber die müssen an dir sein. Ich geh jetzt unsichtbar in die Base von denen. Ah ja, die sind alle in der Mitte, also zwei sind in der Mitte. Die haben keine Trap gehabt. Die haben keinen Trap gehabt. Ja, das ist doch gut. Nein, die hatten Trap. Hä, warum hatte ich keine? Ich hol die jetzt. Warte, ich helf dir. Ja, nee, ich bin wieder sichtbar. Ach echt? Ich wär was runtergefallen. Oh komm. Ich hab jetzt keine Dinger mehr, aber perfekt. Ja, ich geh jetzt von der anderen Seite. Ich geh, komm von links auf die Insel von Rot und du gehst von vorne. Oder nicht? Ja, ich komm. Ja, ja, ich komm. Super. Super, Lucas. Oh, der eine hier? Warte, komm da. Komm, wir gehen zusammen, wir gehen zusammen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. So, wir gehen da jetzt und, äh, bist du tot? Milch! Oh, schade, 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 schade. Oh, hä, okay, der hat mich noch gehittet. Digga, was macht der denn jetzt mit mir? Das war sehr... Die holen mich grad zu 5, Digga. Das war sehr flöd. Wenn es nur 3 sind, aber die holen mich zu 5, wer drauf? Die holen mich zu 5. Hä? Lade, war nur ein Scheiß. Also, das war jetzt sehr flöd, bin ich ganz ehrlich. Die holen mich zu 5, auf jeden Fall. Hä? Und jetzt? I don't know. Ich dachte, du hast das Bett geholt. Nein, eben nicht. Also, das käme doch so ein Sound. Vielleicht da, den schafft den. Oder nicht? Ach, wir hätten ja dann gewonnen, ne? Also, würden wir sie auch töten. Ja, nee, ja. Ja, ach nee. Oh, dann können wir jetzt unser Bett. Ja, natürlich holen die jetzt unser Bett. Nee, weil jetzt sind die gleich bei unserem Bett. Ja. Oh, ich hab die am Plan. Nee, haben sie nicht. Ich hab 8 Dias, ne? Nochmal. Oh, sehr schön. Jetzt wird das hier was. Ich hab 8 Dias. Riechen Sie die Niederlage. Ich kaufe noch ein paar. Ich rieche. Ich rieche die Niederlage. Digga, 20 Dias. Das kann man hier noch kaufen. Ich hab noch einen. Trap. Trap. Auf die Treppe. Offensivstrap. Ich hab einfach mal alles gekauft. Och, ja. Einfach mal alles. Einfach mal alles. Das hätte man sich auss... Ach. Oh, absterz. Wetten, die haben so Obsidian? Och, nö. Ja, aber die sind für den. Also das ist halt den an Ding. Egal, macht auch ihr euch mal Obsidian. Ja. Genau. Wie denn? Wir haben keine Dinge. Komm, mal Bett. Wir haben uns geschützt da. Hier, Lukas, lass mal Bett. Lass mal Bett gehen. Ja, ich bin doch schon da bei den. Ja, ich geh zu gut. Oh, hältst du mal. Komm, sind die eigentlich nie was? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Äh... Invisible Dings Potion. Invis. Woh, ich hab hier grad den einen geholt fast. Ja. Oh, jetzt sind die weiße fünf, Digga. Ich hab den einen runtergedingst. Ich hab Invis. Oh mein Gott, ich wär fast... Woh, ey. Ich hab bis eine Bettel fast geholt, Mann. Ja, ich mein den Gegner. Da war doch nur einer, Mann. Und den hab ich fast geholt. Mann. So. Soll ich mir noch einen goldenen Apfel, jetzt geh ich da wieder hin. Apfel, genau. Was sprichst du so rum, Marc? Hast du nervst? Okay, ich geh. Geht da jetzt hin und nicht so schwarz. Ich hab's fast schon. Ja, der hat's jetzt abgebaut. Ja, das war sehr eng. So, jetzt kann man eigentlich noch draufgehen. Ja. Wir haben jetzt auch keine Trap mehr. Also, dass die Trap draufgehen, aber... So, ich wollte hier ein bisschen noch mehr. Ja, der ist tot. Für eine, der sich wohnt. Ich bin noch so runtergedingst. So, ich hole die jetzt. Zum Schluss mit Lustig. Nur noch einer. Und der Bode... Ah, Gigi. Ich hab zwei Leute. Du, der erste Sieg, hä? Super. Ja, einfach... Der erste Rund mehr reist. Sag mir das einfach gut. Nicht. Du hast den Karma. Und Karma. Ja, weil... Es geht auch auf dein Karma-Konto. Und dann? Dann kriegen wir Karma. Dann kriegst du Kuchen. Ja, Karma kann ja nicht nur schlecht und auch nicht nur... Kann ja nicht nur schlecht sein. Das kann ja auch gutes Karma sein, heißt er? Ja, mhm. Macht nicht Sinn, aber... Warum haben wir eigentlich immer die gleiche Map, Mann? Das fach ich knapp. Ey, weil die Map ist genervt voll. Besser wie... Besser eine Map, auf die man sich einspringen, Mann? Ja, du hast vier. Ich mag, du hast vier Zuschauer, ne? Vier. Ja, auch vier. Bei mir steht drei. Bei mir steht vier. Wo ist der vierte? Jiga. Jetzt sitzt da so ein Bildschirm sitzen. Das fach jetzt in der Arme, Alter. Das liegt an deinem krassen Internet. Selbst jetzt sind's vier. Bei mir. An dem krassen... Der Junge hat besseres Internet wie jeder auf der ganzen Welt. Ich wollte sagen, ich hab trotz Glasfaser, ich hab ein Zweier-Ping, ne? Das ist voll geil. Da hast du ja jetzt Glasfaser. Hä? Ja, Glasfaser ist ja auch zehnmal schneller als alles andere. Ja, das ist voll geil. Ja, seit Mittwoch hab ich das. Das ist schneller wie so eine Rakete von NASA. Jogi, ich hab Fortnite-Update von 15 GB innerhalb von drei Minuten gemacht. Das ging so schnell. Du kommst die ganze Zeit, sehen wie diese Prozentzahlen hochgingen. Epic Games Launch nicht nur 5 MB zulassen? Ähm, nein. Ja, ja, keine Ahnung. Achso. Ja, aber es ging voll schnell. Die lassen auch mehr zu. Ich keine Ahnung, da werden da was nicht gedacht, kann da nicht in drei Minuten gehen. Doch, ich hatte... Doch, drei Minuten war's fertig. Ich hab so genau auf die Uhr geguckt. Ich hab's genau testet. Auf jeden Fall bei Steam geht's auf jeden Fall schneller. Ja, bei Steam geht's schneller. Wenn man mehr... Da hab ich getestet, da geht's in Ordnung schneller. Bei Epic bin ich mir nicht sicher, aber ich denke auch, sonst wird's keinen Sinn machen. Ja, weil ich hab's ja vollständig verletzt. Wenn man sonst verwirrt, dann... Ja, ich halt mal im Maul. Ja, ich halt mal im Mund. War krassisch schon wieder aus. Okay, reicht. Okay, ich glaub, der Zuschauer geht in den Stream mit... Ja. ... mit... ... mit, ähm... ... mit mehreren Millionen Gehirnzellen ran und mit drei wieder raus. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ja, ist doch so. Warum sind wir eigentlich schon wieder grün? Stimmt. Wenn grün die Farbe der Natur ist. Du bist die Natur. Ja, das klang grad so, als wärst du besoffen. Das klang grad so, als wärst du besoffen. Ja, aber du hast die gut abgelenkt, dass ich das Bett holen konnte. Sonst hättest du auch nicht geschafft. Ja, Digga, ich hab die erst mal weggeklatscht, Alter. Du hast gleich wegge... ... ge... Wie nennt man das? Ja, Bugpfeifer links-rechts gegeben grad, einfach mal kurz. Bugpfeifer links-rechts gegeben, ja, ja. Boah, Digga, ich hab grad einfach aus der Idee gedrückt, bin fast runtergefallen, okay. Ihr kennt's nicht, hä? Alter. Ich und ich und Minecraft spielen, das ist nix. Junge, ich spiel Minecraft Launcher, ich spiel dich mal ein Dingsbums. Ja, und der hat nicht mal Optifa installiert. Ja, bei mir klappt grad grad nix. Ich sag dir, der ist in den Pausenmodus gegangen. So, wollen wir blaues Bett vielleicht zusammenholen? Ja, so oft wie der benutzt wird, Lukas. Ja, wie, was? Das ist schon ein Oldtimer-Stück, weil so oft wie der benutzt wird, Junge. Das ist ja... Ja, der wird ja fast nie benutzt. Hä? Meiner. Ich nutze jetzt ab. Ja, kommt der vielleicht, dann können wir blau holen. Okay, blau kommt. Woll ich grad sagen. Nee, der haut ab, weil ich gekommen bin. Ach so, okay. Ah, jetzt kommt er wieder. Scheiße. Weil Lukas gegangen ist. Hä? Ach stimmt, der ist wirklich wieder gegangen. Ja, Junge. Wäre einfach zu krass für den Menschen. Junge! Höhe! Ich bin auf einmal zum Baum. Hä? Wo ist der hin? Hä? Sind die spawned? Hä? Wer hat sich selber mit dem Eisen, mit diesem... Wie nennt man das? Feuerkugel. Feuerkugel. Ja. Ach so! Na, komm doch her! Ach, Digga, was macht denn der da oben? Sehr schön! Weiß ich nicht gestorben. Junge, ich brauch nur noch ein Gold. Ach, er hat sich... Ach, er hat sich... Ach, man schmeißt der Dias runter, ist der dumm! Ja, wenn... Natürlich, wenn der stirbt, dann wird er das nicht bekommen. Sonst kriegt du's doch. Ja, hier... Dann lieber runterbreißen, anstatt dass du's bekommst. Ich hab... Ich hab ihn getötet, der ist total dumm gewesen. Der hat ein Bier runtergekommen. Ein Bier runtergekommen. Ein Bier war... Ein Bier war... Ja, besser als keiner. Wie viel kostet das? Ja, was soll denn mit einem Bier anfangen? Gar nix. Soll ich noch ein bisschen überfahren? Oh, Tiers. Soll ich mal crisp ausmachen für die Stream Sound-Kalisse? Damit du meine Schellen kannst du zuhören. Die habe ich schon so genug. Lehn' ich mit... Lehn' ich dankend ab. Damit ihr übrigens... Hast du eigentlich... Dings an, Chris? Warum... Warum... Geh doch mal weg! Jetzt... Jetzt kann ich's nicht runterlassen! Oh mein Gott, du... Er hat... Bei uns ist jemand... Och, Lampfo! Ich hab ihn, ich hab ihn! Lukas! Da krieg ich ja was für... Och, Lampfo! Doch, du hast dich hochgebaut. Jetzt muss ich alles wieder abbauen, in dein Ernst. Wer hat Crispan? Bau du das jetzt alles wieder ab? Wen hast du gefragt, wer Crispan hat? Ob Lampfo... Dings anhat? So. Der hört mal die Tastatur auf jeden Fall. Ja, musst du. Der hört mal bei mir die Tastatur eigentlich. Man muss die Sound... Man muss die Sound... Man ist ja auch schon, ne? Das muss ich alles wieder abbauen. Yay. Fört mal meine... Ja, du musst schon rumtippen, ne? Ja, ich tippe ja. Beim Spiel. Ja, man hört's so... Manchmal so... Ganz leise, aber... Äh, ich kaufe uns jetzt, ähm... Protection. Achso, das haben wir schon. Ja, haben wir schon gekäuft. Voll krass, Mann. Ja, dann kaufe ich uns halt jetzt Sharpness. So, boom. Dig, jetzt habe ich mir das scheiße Schwert schon wieder... Ey, das doofe Schwert ist schon wieder fast gekauft. Das doofe Schwert. Wir können mal aufhören, irgendwelche Modifikationen an diesem Bett zu machen. Mach keine Modifikation. Ich hab da gar keine Modifikationen da angenommen, Mann. Aber Lukas... Da geht's gut. Da oben ist schon wieder so ein... Ja, ich brauche Wolle. Da oben ist schon wieder so ein Mischmopp. Oh, nee, jetzt macht der wieder Wasser ins Bett. Damit das Länger... Ich so ins Bett. Ins Bett? Ansonsten. Hä, wieso brauche ich so lange, um mich hochzuspülen? Damit man das nicht... ...dingen kann. Verstehst du? Damit die Gegner abgefuckt sind. Nein, damit die das nicht wegmachen können, das Wasser. Ja, ich bin ja nicht blöd. Ja, ja, ja. Hä? Ja, hm. Ja, lass mal... ...blau holen, das Bett. Ja, blau... Ach, ich hab keine Spitzsage, Scheiße. Das wird nicht... Ja, wollen wir vielleicht das Bett von Blau holen? Ja, ich hab diesen... also nicht gut sind die... Ja, lass mal das gleich so... Da ist so ein Pro-Spieler, der Telly Bitch. Nicht gut. Ne, also ich hab ihn runter. Ich hab ihn dreimal jetzt hier runtergerauen. Ja, dann kommt jetzt. Ja, Junge, der ist dumm. Der ist echt. Ja, auch nicht das... Nein, der ist nicht schlau. Oh mein Gott. Der ist nicht die hellste Grünbirne auf der Torte. Oh mein Gott. Auf dich. Grün... Auf der Torte, ja. Ja, ey. Egal... Hier ist ein Iron Golem. Junge! Er denkt einfach 1... 19. Ah. Er wollte mit Axt gehen. Er wollte mit Axt gehen. Er wollte mit Axt gehen. Hier steht so. Hier steht so. CC Flee was killed by death coming. Dream Defender. Dream Defender. Dream Defender. Was darfst denn? Dream Defender. Nee, aber ich hab das Bett schon leicht abgebaut. Also das rundherum natürlich. Nicht das Bett. Ja, super. Das bauen wir jetzt wieder zu. Das Bett ist tot. Das Bett ist tot. Wir brauchen Invest Potion. Das Bett ist tot. Das Bett ist tot. Nein, damit fangen wir nicht an. Das Bett ist tot. Das Bett ist tot. Das Bett lebt nicht. Doch, doch. Das ist tot. Das ist ein Gegenstand. Ja, nicht mehr. Das ist genau. Ein Gegenstand ist das. Ja, auch die Gegenstände haben wir ja. Oh mein Gott. Solche netten Menschen, alter. Hast du schon mal darüber nachgedeckt? Nachgedeckt. 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 Was für arg. Hast du schon mal darüber nachgedeckt? Das Gegenstände auch ein Leben. Okay. Ja, ja. Lukas, du bist eher am Rollen? Du musst doch mal darüber nachgedeckt. Nachgedeckt. Du bist jetzt Rollländer geworden oder was? Nee, ich bin... Wir sprichten so niemals mit uns. Ja, wenn jetzt Ungel kommt, dann... Wenn da... Ja, dann tust du auch nichts nachgedeckt. Doch, doch. Ich denke immer nach. Lukas, du kannst vielleicht echt mal Hilfe. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. So halt. So halt. Boah. Du weißt, wir sind ja in 1,8, nicht in 1,20. Du kannst kämpfen wie in 1,8. Lukas, so. Ach so. Um. Um. Ihr wisst schon, dass... Ja, warte mal. Ja, ich bin geflogen. Wie eine Biene. Wie eine Hummel. Warte mal. 1, 2, 1. Hä? Hä? Wie? Das war gar kein Sinn. Was macht kein Sinn? Lukas Ballstars, Junge. Was? Ich gebe dir das. Lukas Ballstars, Junge. Das ist der nervigste... Ah, Junge. Burger, Pommes, Saubel. Nein. Oh nein. Ich kenne das nicht. Was? Ja, es ist auch gut so. Ja, besser nicht. Das ist echt so. Das ist der beschissenste Song, den ich jemals mal im ganzen... Leben. In my life, in the life... In the life, on the life, in the life, on the life, gehören. Mach's nicht an einfach, bitte. Um allen die Ohren zu schonen. Nee, da krieg ich auch ein Grips. Da oben das ist ein Blau. Blau in der Bass, blau in der Bass, blau in der Bass, blau in der Bass, blau in der Bass. Blau, blau in der Bass, blau in der Bass, blau in der Bass. Blau blau, 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 blau. Oh mein. Ja, was für blau blau. Blau blau. Uh, das war knapp. Blau ist nicht gut. Wenn ich den nicht gesehen hätte da oben, ey, ich sag euch. Blau ist nicht gut. Hä, ich hab einfach einen scheiß... Hä? Habt ihr noch einen Dir? Ah, ich hab einen. Ich hab darüber nachgedacht. Nachgedacht, ob du dumm wärst. Aufhören. Warum denn? Warum denn? Warum denn? Oh mein Gott. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Guck mal, die ganzen Zuschauer so. Oh, was das für ein Dummer. Ja, ist so, das sind jetzt... Guck. Ja, jetzt sind es nur noch zwei. Andei, ich glaub, das ist... Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass es auch noch andere Teams gibt, die wir forschen können. Nicht nur blau. Ach doch, blau wollen wir jetzt, blau wollen wir. Wollen wir das? Ich hab einen Gäppel. 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 Ach, Digga, die sind echt... Äh... Ja. Rot war halt schon in der Mitte, ne? Mann, ich hab das Bett wieder fast gehabt, Junge. Dann kommt jemand von hinten. Ja, ich auch. Ich hab einen so einen scheiß Block abgebaut, dann kommt der... Aber wir müssen da mal zu dritt hingehen auf die Base, dann schaffen wir das nicht. Genau. Es geht immer so los. Und ich hol das Bett, weil ich hab alle Werkzeuge dafür. Ja, ich muss mir jetzt Emirates besorgen. Mähtisch. Digga, wir müssen... Ich hab ihn fünfmal gekauft, Alter. Danke. Ja. Irgendwie auch... Will ich mich eher der gleiche Stelle ein Loch hochbauen. Ich baue gleich eine riesen Mauer. Oder Emirates oder so nicht. Komm, da ging jetzt mal zweiter hin. Ne, ich hol das erst mal rot, weil rot ist... Nein, rot ist OP, glaube ich. Digga, warum hat... Oh! Okay, der ist echt okay. Oh! Nein, diese scheiß roh... Der Typ schreit einfach... Der Typ schreit einfach... Der Typ schreit einfach... Der Typ schreit einfach rot, Junge. Rot, wo ist rot? Oh mein Gott, ich bin auf einer Brücke laufend, die schon gebaut war, runtergefallen. Also, Lukas. Das müssen wir nochmal üben. Hast du zufällig das Schwert nochmal zu oft gekauft? Ne, das ist voll nett. Ne, hier. Ich hab mir ein Eisenschwert... Ach, da war ich jetzt ein Eisenschwert gekauft und bin noch dümmer. Oh Gott. Blau macht wieder Auge. Blau macht wieder Auge. Blau macht wieder Auge. Blau macht Auge. Blau macht Auge. Blau macht Auge. Gut, dann mach ich das Auge zurück. Diese Seite, Alter. Auge, Auge, Auge. Guck, er ist abgehauen. Guck, er ist abgehauen. Guck, er ist abgehauen. Ja, bist doch klar. Naja. Ja, die haben halt einfach Angst vor dir. Genau. Mehr oder weniger. Einfach die größten Hosen-Scheiter der Welt. Hä? Also, wenn der Tag lang ist, redet er echt viel, ne? Ja, das ist so. Hat mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, Junge, Marc lacht nie was. Komm, lass mal jetzt hier zu Grün gehen. Zu Grün. Zu Grün. Ne, ich mein Blau natürlich, nicht Grün. Zu Grün. Wie heißt man da schon? Grün. Grün Light. Ja, Blau macht Auge, Blau macht Auge. Blau macht Auge. Blau macht Auge. Blau macht Auge, digger. Merkt Auge, digger. Allergrößte Auge. Oh, es ist... Es ist... Blau ist einfach... Trab triggert. Trab triggert. Trab triggert. Nein. Ich bin, weil ich... Ey, lass mal zu Blau gehen. Guck, wir gehen gemeinsam jetzt zu Blau. Ich bin, weil ich gelacht hab, runtergelaufen. Eldy. Ey, Lukas, komm jetzt zu Blau. Lass uns jetzt zu Blau. Lass uns jetzt zu Blau machen. Lass uns jetzt zu Blau machen. Blau, blau, blau. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Okay, reicht. Es reicht. Lass uns zusammen jetzt zu Blau gehen. Dann kommen wir jetzt gerade alle zu dritt zu uns. Zu Bli? Äh, zu Bli. Zu dritten. Zu Bli? Zu Bli. Zu Bli. Ich glaub, der Zug ist abgefahren. Junge, der hat auf einmal einen Self-Bau-Meader gemacht. Nee, aber das ist ein Self-Bau-Meader. Was ist denn ein Self-Bau-Meader? Was ist denn ein Self-Bau-Meader? Was ist denn ein Kraft-Attack, um wieder Häuser zu bauen? Was ist das? Ja, der hat einfach ein Haus gecraftet, Junge. Was ist das? Der hat so ein Ding geplaced. Das hat einfach von selber sich da so gut so eine Festung gebaut. Das ist das. Wenn man geht das. Ja, so eine Kiste. Ach so, ja, dann kauf die Markt. Nein, ich hab zu langsam offen realidade. Er hat einfach ein Bob-der-Baumeister-Paket dabei gehabt. Ja, ist echt so? Bob der Baumeister-Paket... Mach mal kurz, Bob der Baumeister-Paket. Wir sollten uns einfach Second-Stacken. Die Runde geht sehr lang. Wir sollten einfach Bob der Baumeister-Paket kaufen. Achso, bla 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 bla. Wois kommt hin? Was will der da oben? Bob der Baumeister-Paket. Da willst du vielleicht breit sprengen, unser Bett. Mit Bob the Bombmaster-Paket. Ja, aber das geht ja schlecht. 8 TNT wird gesündet in 3, 2, 1, boom. Und dann dieses eine Meme da, wo diese Bomber explodiert so. Bei YouTube, die immer übelst viel zu laut gemacht werden, wenn da so eine Explosion kommt. Ey, ich sag mal so, oder? Ey, jetzt kannst du Bogen nehmen. Jetzt kauf mal Bogen. Rot ist einfach die ganze Zeit in der Mitte und hat die ganze Zeit... Ja, ich sag doch, die stacken sich voll. Die haben wahrscheinlich so viele Emeralds für Diamond. Die haben, ich glaub ich, stackweise Emeralds haben die. Haben sie auch. Ich glaub, die haben schon einfach vorgesorgt für Diamond-Rüstung. Was machen die? Also, die sind auch alle Diamond. Achso, ich bin auch schon Diamond-3. Wir sind hier immer noch nicht in Crafty Tape, wo man nur farmen muss, ja. Ich bin schon Diamond-3. Ich bin schon Diamond-3. Da ist mich. Was fliegt da nach oben? Sehr schön. Was fliegt da nach oben? Ich bin schon Diamond-3. Ich bin so viel gespielt. Ey, Marc. Ich bin T4. Ach, fünf Zuschauer hast du. Ey, Marc. Ich bin T4, weißt du? Ja, dann T4. Titanium-4? Äh. Titanium-4. Hä? Ihr habt ja schon wieder alles gekauft hier. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Oh mein Gott. Ich hab einfach mal alles gekauft. Hey, was soll denn das? Ich bin einfach mal alles durchgegangen. Ja, sehr gut. Was soll denn das? Ja, hä? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Spawned by gelb Zeug. Was? Spawned by gelb Zeug. Egal, der ist schon Diamond, 80 Millionen, junger, aber ich hole ihn gerade. Mehr oder weniger. Ich hab ihn. Super. Mehr oder weniger. Perfekt. Ne, ich hab ihn grad kippt, obwohl der Diamond-Hosen anhat. Ja, du läufst ihn doch jetzt nicht wirklich hinterher, oder? Ach, perfekt. Ne, ne, ne. Der hat bei Gucci eingekauft, der Typ. Oh, ja. Rot hat, oh mein Gott, oh mein Gott, äh. Rot hat größte... Blau, mach wieder Auge. Größte Minecraft-Base, die es jemals in Scheiß-Betroos gesehen hat. Äh, guten Bellos gesehen hat. Achtung, blau. Badroos. bin ich auch getriggert digga ich triggere euch gleich mal er kommt wieder der trigger ist voll der trigger der war gestern die letzten fahrung ja ich kenne den vorn ja ja was hast du jetzt auch der kann ich mit dem boden schießen jünger wurde viel der hinschieße kann ich nur ich habe jetzt auch teuer eingekauft meine freunde ja auch die teuren diamond etwas achte manchmal so viel blaues da oben junge blaue blaue auch junge damit umschluss mit seinem land also mit mir im call sind lamp von 587 und sehr sehr fliehen blaues hier drin oh mein gott acht und blaue bett wieder klavier um das wasser was du hier gemacht hat hat voll abgefallen nervt voll das hat das mal du weißt schon dass sie das bett voll längst auf gesprengt hätten würden das wasser nicht da wäre ja das weiß blau gehen nicht voll gleich jetzt erst mal bogen holen ja mir lass mal zu blau gehen weil ich glaube oben schütze an die halt nicht alle alleine holen aber blau kommt durch einer den ich alleine holt ja die hohen holen das passt schon ja dann helfen noch mal vielleicht blau zu pushen ich bin schon bei denen ich bin in der base immer ein lebe junge alter der weiß nicht dass ich hier bin aber ich kämpfe jetzt bei denen der base gerade einer durch eine läuft nur aber ich habe gedacht da wäre jemand unsichtbar einer läuft durch ein blauer erschreckt mich dann ist so ein blauer läuft durch das ist bei mir perfekt ja 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 ich schieße die mit bogen der hat wieder so eine blöde kiste dabei ja nein nicht vielleicht alle weg ist er so gut so weil der hier läuft auch gerade okay wieder der beste spieler der welt ist schon unterwegs gewesen ja gut der schlimme ist ja immer noch ihr dummes bett ne ihr schlaues bett haben die mir dieser weg den die dort haben ich hab's holt oder spiel oha krass 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 lukas rein achtung achtung eine durchsage auch dein scheiß wasser mann das ringt mich auf ich bin jetzt so schnell das war so knapp das war so hast du den endstone kann ich den endstone haben hallo oh mein gott ich habe keinen endstone ich habe keinen aufgesammelt ich habe es gesehen mag du so achtung achtung eine durchsage wo sind wir dann gelesen er hat noch niemand in den chat geschrieben wo hat die blaue wolle wenn es aussieht ist bei dir der chat kaputt weil ich hab's gesehen gott sei denn warum wird er nicht aktualisiert bin ja das habe ich mich gestern auch gefragt einmal kurz was denn da hat ja das hatte ich auch schon öfter gar keinen sinn lasst man zu rot gehen ja haben wir ja auch kommt er red liga eine red kommt red kommt zu uns red kommt jetzt kommt red kommt dein englisch erste sagen von wem jetzt die besten bogen alle jeden schuss einfach aber ich habe auch getroffen so jetzt ist hier jetzt ist hier aus der entfernung ist schon dass es alle emirates hat ja ich hole jetzt das ganze runde also wir zeigen euch wie es geht ich habe gesehen dass es uns gezeigt hast ich kann kämpfen ja das kämpfen lukas kommt wir zeigen dem jetzt wie es geht jetzt allen wo der akkuschrauber hängt der gar der akkuschrauber hängt also chill mal ich habe nicht erwartet ist halt echt ein bisschen schwierig zu kämpfen jetzt zeigen wir dem wo der akkuschrauber hängt nein wir zeigen jetzt wo der nahe hängt der kommt ja ja passt nicht ach so ja ich habe jeden alles gut oha alles große mit dem ball hat nach dem emerald getroppt noch bin jetzt auch spielen ja den emerald getroppt im gewetten die haben so eine krasse die fans am bett ja haben so die haben sie haben sie haben eine riesige tritt regat du bist getriggert ich bin auch getriggert warum haben die 24 hp ich komme nicht mehr raus ich bin ja gefangen alles aber auch gefühle ich habe ich will wir wissen schon wir haben kein bett mehr ja wenn kein bett mehr warum habe ich das knockback fühlt der typ fliegt wenn ich so wir sollten wir sollten zu gründen lasst du geld wandern das base wechsel lebt jetzt noch hallo wir haben kein bett mehr wir sind jetzt bettlos ich kann nicht mehr schlafen wir werden abgeschossen achte warte lukas lukas steh unter befeuerung wie soll man sich so bei so leuten konzentrieren alter achtung 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 ich bin bei dir ich bin bei dir danke durch das busch wie geht das keine ahnung und die steh unter befeuerung oder sowas ich hab's geschafft ich hole mir ich hole mir jetzt invisibility invisibility ich war jetzt trick 17 ich brauche mich jetzt einfach invisibility kostet zwei invisibility was kann man noch einen emerald zufällig dann kann ich mir invisibility holen ihr wisst schon dass wir das bett noch abbauen müssen ja deswegen braucht man ja invisibility aber hast du ich habe ich habe invisibility ich kann das bett abbauen ja dann machen wir das dann gehst du das bett abbauen und wir gehen damit ja aber wir müssen so dass wir nicht sterben wir dürfen auf keinen fall sterben du bist jetzt in invisibility modus gleich und dann bauen wir das bett ab ja euer englisch ah brot kommt schon ne was brot das heißt die heißen nicht rot die heißen red die heißen brot red ist doch das ist coming red is coming red is coming red is coming nicht sterben lukas nicht sterben du hast nur ein leben hey du hast nur noch voll da jetzt hallo ich habe eine diamond rüstung hallo kann ich vielleicht mal wissen wo euer geht ach dicker alter ihr seid echt super ich lebe noch ja ich lebe noch du hast gerade ne gesagt ja du rennst weg he is running he is running green is still alive green is still alive he is running ja warum liege ich eure schwärter ey you can see the best green player at the world at the world ah dennis dennis welz dennis welz ach komm schade 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 willkommen im stream dennis you can see a flying green mate you can see a flying green mate das wird englisch wird nix bei uns ey wir machen das aber doch extra ey ey nein voll ernst ja 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 voll ernst ich hätte gern döner mit allem alle liegster alle liegster alle liegster alle liegster alle morgen da alle fragen da heute gibts nur ali vertraut alle liegster uuff das jetzt wirklich die gehen wirklich mit drei gehirn zählen wieder raus ich bin hier mit idioten im stream ne schon halloo ja ja du auch hä hä das hat er doch gerade gesagt du auch ich bin hier mit dem idioten im game sagt er lukas du auch hä du auch ja keine ahnung oh ne vorreisen das heißt reisen was heißt reis anreiz anreiz na nicht reis 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 mit leertaste mit leertaste mit leertaste mit leertaste mit leertaste mit leertaste oh gott warte ich mach hier fliegende stadt naja mach burn out mach burn out ich mach donuts nirgends ne ich will keinen donat essen hä was machen sachen nix viele nix viele nix viele nix viele nix viele nix viele was ist das wo sind wir hier alle morgen ach ja guck er ist unter den vettel runter gefallen nix so teuer geworden 9 euro neun euro alter und dann noch so klein mit drei bisschen weg was soll das alle mix da alle morgen da ja alle morgen da ich kann aber scheid sagen morgen da nicht viel into the void es war einmal ein knack eines tages fliegte er ins void und dann was dann was geschichte dann war es kriegt es war einmal war einmal jetzt wenn er nicht fallen ist dann fliegt er immer noch war einmal ein knick was rennst du denn dahin was ist dein ziel lukas ich mach das bett auf wenn es auch nee ist es nicht der ist profi also ich verstehe das griff der profi kommt jetzt hierher ich muss aber noch die hier mitnehmen lampo board knocked in the war into the void bei juta wer ist juta wer ist juta das ist das ist die solche profi ist das junge ich fliege ja genau da fliegst du ganz egal drei hp gar mit drei horten amerikaner mit zum dreier ping oder so hat er drei horsepower noch ein großes problem er hatte drei houston wir haben ein problem wir haben ein problem ein problem ein problem ein problem ja achso ich spielt nicht spielt nicht in außenperspektive doch wer macht das nicht hey ich spiele in außenperspektive ich spiele so weißt du noch weißt du noch den einen in fort nicht wo ich schon genockt auf dem boden lag ich spiele immer eine perspektive so ich mich so sehen kann selber so ins gericht so gucken kann ich spiele es wirklich so eine aller voll komisch macht das was ist eigentlich mit deinem texture pack da dieses bist am lieb oder ende da was soll damit sein mach das mal für java edition ach so das ender army nee ich habe ein besseres sind noch für die 1 8 gefunden ein eigenes gefunden nach so er hat ein eigenes gefunden ich habe ich gefunden haben eigentlich ich habe mich oder weiß ich tue mich was was knocking into the world bei bionic jv egal ich bin ich bin sie sich für die mbh auch ich baue ne trap ne trapf ne trapf ne trapf lampo gmbh dann mach das was du nicht kannst was kann das was du nicht kannst mach das was du nicht kannst bruderspruch mach das unmögliche möglich alle nix da alle morgen da ja mach mal jalla jalla jetzt ich will meine döner oder eigentlich geht die trip anders ah passt schon ich glaube ich habe gerade mit dem zocken meinen finger gebrochen obwohl die trip ist anders was mit der flap mit der flap das heißt das heißt was ist was dieses trap was ist nein 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 lukas du machst die trap kaputt was du machst die trap kaputt guck mal du musst du musst du musst die konzentration von dem spieler auf dieses loch äh dingsen dann achtet er nicht hier drauf und dann fallen man mag denk wieder über drei ecken nach alter ja das hat schon so oft bei mir funktionieren das hat so oft funktioniert mal drei ecken die eine ecke zur anderen ecke die eine ecke in der ecke es waren einmal drei ecken die eine ecke wurde rund dann ab dann hieß sie eine runde ecke oh Gott ist der scheiße eine runde ecke Jenga was saß denn ey wer kennt sie nicht du machst diese ey hast schon mal eine flache kante gesehen eine flache kante eine flache kante genau Junge eine flache kante eine flache kante ey kennst du nicht eine flache kante die flache kante ich warte mal mit der flachen kante hä wer läuft denn in der mitte rum verjagt grad zwei grüne also niemand von uns er verjagt zwei grüne er verjagt zwei grüne genau ja hab auch einen gekriegt ach du warst das na klar wo ja wo verjagt zwei grüne ja und blau hat ja die größe äh craft attack base der welt und da kommt blau mit dem texture pack gar kein bock texture pack scheiße jucke hä wie kann blau mit dem texture pack kommen hä hä naja ich mein so ein so ein mit cable achso juta aber der war komplett scheiße juta 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 ist coming ich hab echt schluck ich dachte dick dick nick nick klick föck cook nein dick nick aa ok Dich entferne mich von beiden Gehirnzellen hier rein. mit einer? wieder raus. Ich distanziere mich von diesen personnen in diesem town .... Ok mandatory sfrieden mack ... Is ... Ja Mai Gemeinde Ich distanziere mitch nur von diesen aussagen was diese freund was das was das für ein kombi hier das ist das für ein kombi was ist das für ein kombi wir werden schon wieder die trap kaputt gemacht wir sind ja hier in horizon ich zeig jetzt mal meine kombi nachher links rechts dann liegen sie recht und dann ich mache so auto so und dann unfall wildunfall angefahren fisch ich habe mark angefangen großes wildschirm ja schade dass keine elefanten auf der straße laufen das gibt fette döner das gibt eine anzeige haben merkt ihr einfach nur eins egal ob hund katze oder maus ali machten döner draus das ist krass das war aber eine blau ich habe hier reisen leute reisen im terror reisen hoch reisen diskonnected nether man disconnected und amri connected eri connected grün green green ist coming green ist coming green ist coming green ist eigentlich der baumeister paket dabei ja der baumeister fahrt nach dem bogen alter gar kein bock der baumeister paket dabei nur nur so nur bis hin unterwegs heutzutage die mann 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 nein nein kenya und kenya ist unterwegs Oha, ich hab mich gesafed, Daniel, ich bin einfach zu viel Weltmeister, ich bin der Weltmeister. Was war ich zu bezweifeln? Du bist Waldmeister, Junge. Digga, wer hat denn dein Loch hingebaut bei uns? Ja, du, du... Max, deine Trap, der hat ja schon 10 Mal gesagt. Junge, ich hab so oft von dieser Trap geredet und du fällst ein, du komisches Kind, ey. Oh mein Gott. Max, du, mach dich, mach dich, mach dich, mach dich kaputt. Auch, auch, ich hab dich kaputt. Du bist doch so. Wenn ich jetzt jetzt war das Loch hingebaut. Warte, ich kauf jetzt, ich kauf jetzt eine goldene Spast, warte. Kannst du einmal mitdenken? Einmal mitdenken. Ich kauf jetzt eine goldene Spast, Junge, mit der hole ich jetzt die ganze Lobby hier mit der goldenen Spast. Warte, 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 bau mal hier einen Block ab, bau mal hier einen Block ab, Marc. Hier in der Mitte, bauen wir den ab. Warum? Hier, den hier, bauen wir den ab. Oh, jetzt hab ich hier Triple Edit gemacht. Er könnte die Trap bitte lassen. Boah, ich fall da sowas von safe rein, Mann. Der hat ein Loch bei uns gebaut. Du musst das ja schon abbauen, ne? Du musst das ja schon abbauen, dass der dann da so hochkommt. Nein, das ist falsch. Obwohl. Das ist glaubwürdig. Ne, das sieht aus wie eine Trap, aber wenn man hier ein Loch reinmacht, dann macht er die Auffassung. Digga, das sieht aus wie in U. In U. Was ist dieses Trap? Was ist das? Weil dann schaut er schon auf sein Ziel. Guck mal hier, das ist U. Uuuu. Aber das ist komisch. Uuuu. Uuuu. Oh, Digga. Ich hab runtergefallen. Ey, wer hat denn hier ein Loch gebaut, ey? Ich mag. Auf einmal riesen Loch. Was heißt, ey, die Trap bei mir funktioniert einfach, Marc. Ich weiß. Perfekt. Wie ist uns da mal reingefallen, war mein Kack? Ach, dein Ernst. Uuuu. 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 Was hat eine Kuh so? Die Kuh. Uuuu. Uuuu. Was hat eine Kuh an sich? Das sie immer noch macht. Irgendwo noch so eine Treppe. Oder hat denn Loch hingebaut. Wo hat denn Loch hingebaut. Der hat mir ein Loch hingebaut. Äh, ist dir noch ein Loch? Hä, war ihr nicht auf an dem Trap? Hör auf, da irgendwas kaputt zu machen. Benutz die Wege, die vorgeschrieben sind. Ich so, ich so, äh, ich so, äh, war hier nicht irgendwie auch ein Loch? Boah, Digga, ich hab wieder fast reingefallen. Ich hab da jetzt einen Trap. Ich so, war hier nicht irgendwie ein Loch? Ich baue diesen Block hier ab und dann, hä? War hier nicht irgendwie mal ein Loch? Wir bauen diese Wand eigentlich so riesig dann, ja. Teele, 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 Teele. Nee, sieht aus wie ein C. Ein B sieht aus wie ein C. Uuu, Sepenior, Arleli, ohlalala. Ich dachte, ich dachte, du machst so, oh, wer brummt denn der Andernas? Das kann, hä, Spaß. Uh, wer brummt denn der Andernas? Brummt, Digga, brummt in der Andernas. Wir sind wann brummt, hier ganz in der Andernas. Der brummt in der Andernas. Hä, ich? Ne, ich, hä? Die Trap ist halt eigentlich so unauffällig. Ey, so auffällig, meine ich. Ja, nein, du sollst schon... Guck mal, ich hab die so oft gemacht. Ich hab die so oft gemacht und die hat immer funktioniert. Die Yoda hat's umgebracht. Was reimt sich auf Yoda? Ah! Was reimt sich auf Yoda? Mutter! Digga. Was reimt sich auf Yoda? Was reimt sich auf Fornado? Diese Treppe, die ist wirklich sehr oft offensichtlich. Wer baut da hinten den Treppen hin? Ihr dürft da doch eine Treppe hinbauen. Ein Leonardo war's denn da. Mensch, schau. Ein Leonardo ist unterwegs. Am Verwetten, du weißt, dass er da die Treppe hingebaut hat? Ich weiß gar nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, warum ist jetzt hier schon wieder ein Loch? Ach, ich hab die Treppe hingebaut. Weil man auf sich drüber kommt. Ja, du musst dich an der Seite hochbauen. Denk doch mal nach. Ja, aber ich kann doch auch hier eine Treppe machen. Na hein. Wenn hier ein Weg ist, warum hat der da eine Treppe? Oh mein Gott, Luca. Ach, hier soll ich mich hochbauen? Genau. Er fragt dich doch, warum ist da eine Wand, ey? Genau. Ja, ich weiß, aber das ist trotzdem gut so. Guck mal, ich hab jetzt blaue Jeans an. Du hättest es besser nicht mehr in Invest-Potion investieren können. Ist Luca auch grad runtergefallen? Nein, nein, ich schon. Ey, da kommt jemand. Was? Ich hab nix. Wer ist coming? Wer ist coming? Wer ist coming? Trip, genau. Trip, Trap. Trip, Trap. Trip, Trap. Trap, Trap. Was für Trap, Trap. Er ist aber nicht in die Trap gefallen, weil er nicht zu schlau war. Trick, Luck und Troop für uns. Nein. Nein, der ist zu dumm gewesen. Ah, die Trap war auch falsch aufgebaut nur so nebenbei. Aber okay. Welche Trap? Trap, wow, 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 wow. Ach, Digga, weißt du eigentlich, dass diese Trap mich richtig aufregt, weil ich die gerne da lange laufen kann. Seit dann, genau, seit dann. Ne, seit wann dauern eigentlich die Runden so lange? Seitdem wir hier so lange spielen? Seitdem du in den Urwald zogst, zogst, genau, der gar zogst. Ey, was ist die Vergangenheit von Zieden? Ja, zogst, glaub ich, ich zogst, zogst, ne, weißt du, Koks. Hey, Koks. Hä? Okay, jetzt wird das Video gesperrt. Ey, warum? Achso. Ich sag das schon mal im Beileid, ne? Was wird das Video, Junge? Was machst du? Ja, aber das wird ja später hochgeladen. Krasse Treppe. Nur so nebenbei, wenn du dich das noch nicht weißt, das wird später alles hochgeladen. Hast du auch ein VOD? Ja, ein VOD mach ich, ja. Ey, was ist eigentlich die Langform von Stau? Steu. Was für Steu? Digga, Langform. Staus. Es gibt ja Abkürzungen, es gibt ja Abkürzungen. Ja, es ist Blau. St. Digga, Blau hat einfach die Trap gecheckt. Ja, ich weiß. Ja, Blau ist, Blau ist zu krass. Ja, Blau ist, die, die schlechten, die fallen rein, die guten, die merken das. Ja, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja so Abkürzungen so und vielleicht ist Stau ja auch eine Abkürzungen für das Bestimmte. Ja, ich hab ihn, der ist schlecht. Na! Was denkst du? Ich, oh, mag. Was denkst du, für was könnte Stau stehen? Ja. Für Stau. Für stehende, ne, für stehende Fächer. Für stehende Fächer. Für stehende Fächer. Für stehende Fächer. Ey, nein, 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 ich brauchst du ein Klappverfolgen. Stau kommt. Blau ist coming, blau ist coming. Nein. Ey, ich denk, Stau steht für stehende Autos. Ja, ja, keine Ahnung. Ich kann gerade nicht. Oder für spontanes Treffen aller Urlauber. Spontanes Treffen. Spontanes Treffen. Marc, das war gar nicht schön klemmt gerade, ne? Ja, das passt schon. Spontanes Treffen aller Urlauber. Wer drauf ist, Stau. Nein, frontales Auffahren auf Autos. Was war das? Egal, jetzt muss ich doch auf Stau passen. Spontan. T Treffen. A für alle. Spontanes Treffen aller Urlauber. Alle Urlauber. Spontanes Treffen aller Urlauber. Also safe die Grundbedeutung. Safe. 100%. Ja, hey, klar. Die Leute im Stream denken sich auch so, was geht hier ab. Ab Blau kommt. Ja, die meisten sind schon gegangen, Lukas. Ja, der hat Arasula D. Der hat Arasula D. Achtung, Achtung, Achtung. Alarm, Alarm. Jünger, was hat das? Egal, der war doch gerade auf ihn. Alarm. 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 Ihr habt doch wirklich Alarm Schaden hier, ey. Alarm. Moin, wir sind wieder da. Alem und Alarm. Ali is coming. Könnt ihr mal kurz aufhören, ich echt jemanden begrüßen. Ah, Björn Kelch. Ja, moin Björn. Willkommen im Stream. Nein. Björn Kelch. Du musst den Laden nochmal sagen. So mit Alem, Ali und Alarm. Ich bin hier mit sehr aktiven Leuten im Stream. Nein, nein, das nennt man. Genau. Achtung, Blau. Blau's coming. Blau's coming. Trap triggered. Alles gut. Blau's, äh. Jetzt der Trap was hat er. Äh, was knocket bei The Void von... Knocket, was knocket. Knocket, knocket in The Void. Oh mein Gott, ich hab gedacht, ich sterbe. So hart, dass sich mein Vater genannt hat. Da hat Wasser dahin geplayt. So hart, dass sich mein Vater genannt hat. Ja, ich würde dir empfehlen, vielleicht Account zu wechseln oder wenn's möglich ist, weil... So hart mein... Was? Oder einfach den Namen zu wechseln. Ne, geht ja gar nicht. Ja, nein. Wie denn? Geht das noch? Ne, geht nicht, ne? Weil der Name, ich weiß nicht. Der Name? Echte Namen auf YouTube zu schreiben ist immer so... Wer nennt sich denn der Name? Etwas so skant. Wer nennt sich denn der Name? Aua, ich hab ihn so runtergekriegt, dass er durchs Loch gefallen ist, voll geil. Wer nennt sich denn der Name? Der Name? Ne, wovon ist die Rede? Ich check grad grad nix mehr. Hä? Was? Ich kann auch nix. Achso, ich kann auch nix genau. Ich kann auch nix. Ey, das ist jetzt nix mehr, Lukas. Ne, mach mal hier das Wasser so zusammen, so. Wie das eben war. Ja, was ist das? Trap, 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 trap. Trap, 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 trap. Ah, der ist hier unten. Hab ihn. Nein, nein, nein. Achso, der ist im Wasser. Ey, mach mal. Was? Ja, dann mach mal Wasser hier so zu. Ja. Zu, genau. Warte, ich cap das Wasser. Ach, Digger, ich bin runtergefallen. Hm. Der war besser im Wasser, ähm, und kämpfen als ich, hm. Ja, das ist ja sowieso hier. Nee, ich hab das Wasser weggemacht. Der ist ja immer noch im Wasser. Nee, jetzt nicht mehr. Also nicht mehr lange, weil ich das Wasser weggemacht habe. Achso, da ist er. Was? Wer springt denn da? Ah. Ja, ich. Ich hab doch nur wenige Singeln. Ich hab gesagt, es springt Eis. Achso, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, nö, der fällt. Der fällt. Jo, der ist gefallen. Ciao. Hab ich doch gesagt. Er ist gefallen. Ich komm hoch, ne? Nee, kannst du nicht, wer das Wasser kommt. Soll ich dich runterlassen? Hier, ich lass uns runter. Da, bitte. Digga, falsche, falsche Stille, Alter. Bin mir doch egal. Hallo. Streamst du bis Mitternacht? Äh, so, du bist da noch dran. Ich hab wieder das Wasser weggemacht. Nee, so bis zwölf nicht, nein. Digga, ich springe runter, keinen Bock mehr, Alter. Nein, ich hab da gerade das Wasser wieder hinkriegt. Jetzt finde ich schon da geschult. Ah, das ist Hupfer. Äh, kommt nicht mal jemand, nee. Dupi. Ah, doch, hier ist blau, 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 blau. I am the knockinock, mock. Ehe, blue, das ist die knockinock. Was für I am the knockinock? I am the knockinock. I am the knockinock. Oh, nein, keine Barrikade, das dingst uns. Das blockiert uns. Dingst uns. Man kann doch seitlich vorbeilaufen. Ja, und was ist, wenn ich straight hin will? Mag jetzt nicht so einen kompetenten Trafters, ne? Ey. Oh. Ey, was denn? Ich hab da nur den Endstone dahin geplaced, weil der da im Weg war. Ja, du bist auch im Weg. Warte, ich hab noch einen blauen Block, warte mal. Nein. Mann. Wo ist blau? Blau, blau ist nicht coming. Blau ist, äh, blau ist, äh. Blau ist die Farbe. Blau ist da hinten. Blau ist da hinten. Maut sich eine Base. Farbe der Hoffnung. Trap triggert, trap triggert. Ey, muss man eigentlich immer eine neue Trap kaufen. Ja. Wenn die alte getriggert wurde. Ja. Ich hab aber eine neue gekauft. Ja, dann braucht man, auch mal eine neue. Ja, hab ich doch. Hast du nicht schon vorbestellt? Vorbestellt? Ne, leider nicht. Vorbestellt. Ja, weißt du, ich stell auch mal vor. Äh. Ey. Ja, ich tu immer vorbestellen. Einzige, was ich mir bestelle, ist vielleicht eine Pizza mal. Ja, aber mehr ne. Ne, nennt man das noch nicht. Ach so. Der kann nur auf diesem Gerät in den Chat schreiben. Ja, ich glaub, wenn, wenn du... Komm, ich sehe eigentlich, wenn ich nicht stream in den Chat mehr wie du. Wenn dein Konto unter 13 ist, dann kannst du nicht in den Chat schreiben. Ja. Das heißt ja, Marc, dass Philipp hier das wahrscheinlich auch nicht kann, ne? Ey, der ist doch... Was willst du? Der ist doch über... Trap, 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 trap. Ja, ich hab ihn. Wie oft wollen die noch hierher kommen? Ja, die... Lukas und ich... Wenn wir Lukas und ich zusammen auf den gehen, dann fliegt der immer fünf Jahre. Ja, dann lass mal... Lass mal Purzelbäume machen. Lass mal blau holen. Was hast du gesagt? Purzelbäume. Na, in Minecraft. Ja, klar, geht doch rein. Warte, ich hol mir jetzt kurz Scar und blaue... Äh, äh, blaue, genau. Schon mal kurz Scar, ist klar. Ja, lass mal Scar holen und... Schon mal kurz Scar ist... Okay, weiß. Was? Nix, nix. Was, du wusstest du eine Scar? Geht das? Ich hab jetzt... Ich hab jetzt sieben von diesen Feuerbollen... Feuerbollen. 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 Richtig dicke Ball. Okay. Jetzt runterfällt. Ah, nee, jetzt ist es her. Hä, ist das jetzt Bies oder Lampoform? Nee, es Bies. Ich bin... Ich kleb an deinem Arsch, kann man so sagen, eigentlich. Angst. Junge! Ich klebe... Was denn? Okay. Okay. Kannst du dich endlich kleben? Blau... Nee, Blau hat auf. Kannst du dich nicht endlich kleben? Entkleben? Nee, das geht nicht. Entkleben, halt. Junge, Blau hat die größte... Was ist das? Blau hat die Trap kaputt gemacht. Größte... Größte Base der Welt wieder gebaut. Ich hab jetzt hier meine schönen... Meine... Meine schönen Schneekars von Diamond. Schneekars. Meine Schneekars. Meine Schneekars. Boah, ich hab so viele Diamandos. Was magst du mehr? Mars oder Schneekars? Oder Zwicks? Nee, was magst du mehr? Oh, Trap, 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 Trap. Trap. Hast du ihn? Nee, der hat TNT benutzt. Nee, hat er nicht. Junge, ich bin gerade fast in deinen Trap reingefallen, ne? Kannst du den bitte nicht kaputt machen? Ja. Ich hab sie wieder so, wie sie war. Ich hab sie in den Ursprungszustand versetzt. Sehr gut, Spur. Du musst du schon, wie es vorher war. Sollen wir auch Base bauen? Base bauen? So. Ja, ich hol jetzt zwei Beispiels. Obsidian. Ich hol ja Obsidian, genau. Wir brauchen unbedingt Obsidian, dann können die gar nichts mehr kriegen von uns. Ich hab schon... Wie viel kostet der, wie viel kostet der ein Obsidian? Äh, Obsidian. Deine genau, Junge. Vier Emeralds pro... Pro vier... Äh, Obsidian. Ja, hol mal Emeralds, du bist doch in der Mitte, oder? So ähnlich. Ja, ja, du bist. Dann hol mal welche. So ähnlich, aber nur. So ähnlich. Nee, dann hol mal bitte Emeralds. Emeralds. Okay, es langt, es langt, es langt. Bitte hör auf. Oh, Blouse coming, Blouse coming. Blouse coming. Ja, alles gut. Blouse, Treppträger. Du hast dich selber runtergebracht. Jetzt komm, 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 hoch. Tapesticker. Ja, alles gut. Ich kann ja nicht mehr schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Ich mag ja, Stuka hat das Schwimmen verloren. Ich muss das Schwimmen verloren. Das ist doch viel zu kalt. Brustschwimmer, Brustschwimmer. Ja. Hol Körper müssen schwimmen. So, ich hol jetzt Obsidian, ja? Oh mein Gott. Hol Körper. Ich hab acht Obsidian. Ja, gut, warte, kann ich die haben? Ja, mach mal. Du kannst das nicht. Mach mal, mach mal jetzt da. Oder traust du es dir zu, das zu machen? 2, 3, 4, 3, 6, 7. Warte, wie viel kostet es, Obsidian? Bleib, 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 egal. Egal, wie machen die eigentlich immer unser Bett kaputt? Was wollen die eigentlich von unserem Bett? Komm, du mein Bett, schlafen ich doch nur. Obsidian, wo ist das hin? Wie viel kostet das Obsidian? 1. Kann ich mal bitte das? 1,50. Ich hab acht. Hallo, hinter dir. Was ist das schon wieder? Wie viel kosten die? Wie viel kosten die? Wie viel Emeralds? Äh, 4. Wie viel? 4, ja, ich hab nur 3. 3. Wir haben doch jetzt genug. Hast du noch einen? Emerald? Nee, das ist genug. Achso. Ja, aber nein, du baust doch komplett außenrum nochmal. Oder du baust noch mal außenrum. Guck mal, was ich jetzt habe, guck mal, was ich jetzt habe, ich bin voll krass. Hast du jetzt? Guck mal zu mir, wo ich das bin, Alter. Bam! Ach, guck mal, der hinter der Blau. Der testet sein Bob, der Baumeisterhaus. Ja, schon überschaut. Blau, blau von der anderen Seite auch noch. Ist tot. Ja. Ist tot. Wollen wir vielleicht mal irgendwie hier die krasseste Base der Welt bauen hier mit Bett und dann pushen gehen? Ja, aber ich finde die gar nicht so schlecht schon. Warum ist der Turm so komisch, Junge? Guck mal den Turm an. Mit Wasser. Ja, komischer Turm. Ich meine, wieso hast du das nicht abgebaut in der Mitte? Das meinte ich ja. Ja, ich glaube, da kam was dazwischen. Da kam was dazwischen. Ah, blau kommt wieder, ich kümmere mich. Um das Unkraut. Ach, das. Ich bin fast in die Trap gefallen. Hä? Wo ist der hin? Ja, die haben die sicher zugebaut, diese blauen Typen. Na, ich hab's alles gut. Nee, die ist noch hier, die Trap. Ich meine, wo ist der Gegner hin? Kann ich die Trap zubauen? Der fällt doch sowieso nicht rein. Nee, 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 nee. Ja, obwohl. Ja, okay. Ja, ich bauch's zu, sonst ist es hier. Du weißt dann, mit wem du es hier zu tun hast als Mates. Äh, äh. Namens Lukas. Ja, ihr heißt beide so. Bogen. Junge. Ich spiel nicht mit Bogen. Das könnt ihr vergessen. Nein, ich meine Lukas, weil dann kann der so von oben, von dem Turm, die Gegner hier so wegknallen. Was wir wegknallen? Ist schon komisch, dass wir so eine riesen Base hier bauen. Nein, Trap, 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 Trap. Ich hab einfach sechs, 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 eigentlich meine. Was bauen wir hier für ne Burg? Wir machen hier jetzt Burg, ja. Burg bauen. Die Burgen. Hau mal Burg. Hau mal Burg. Junge, was ist das? Warte, ich nehm das hier hinten auch noch ein. Oh, unser Bett mit der Burg ein. Ich hab da noch mehr. Ah, da hinten, da chillt jemand da oben. Trap, 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 Trap. Warum haut der immer ab? Der ist lust. Ich wohne ihn jetzt. Die sind alle schlechter. Ja, da weniger. Ah, ah, Moin, Kai. Ah, Kai. Hä? Was? Hä? Schönen langer. Guten Tag. Ich verstehe gar nichts, wird mir irgendwie weggebackt. Ach so, Kai. Gute Kai. Ah, das sagt man, äh, äh, guten Tag. Ah, ja. Okay. Einer. Er verändert sich. Er wird höflich. Hey, hier ist noch ein blauer, ne? Nur so, wenn du es euch nicht aufgefallen ist. Ja, ich hab die Experienzen. Ich bin irgendwie despawnt. Oh, der hat jetzt gesehen, was wir, der hat jetzt gesehen, dass wir Obsidian haben, ne? Der sagt das jetzt allen seinen Mates. Wenn er überhaupt nicht voll ist. Haktor. Hä? Nein. Nein. Wie? Ach so. Sudden Death. Alle Betten wurden abgebaut. Ja, von selber. Ja, von selber. Nee, meine Burgen gar nicht mehr bauen. Mach mal nur. Weil wir halt viel zu lange spielen mal wieder. Ja, unsere Runden dauern immer lang. Ey, wir brauchen unbedingt, ähm, Dia-Rüstung. Lampro hat die natürlich mal wieder. Dank dafür. Ja, jetzt siehst du dir keine Ahnung. Aber überall jetzt so eine Burg, ne? Überall so eine Burg. Und ich geh mit den Emeralds besorgen. Ich hab sogar, ne? Eine Dia, äh, Dings, äh, die nennt man das Schwert. Schwert. Oh je je. Wie nennt man das? Krass. Schwert. Ohal, einfach fünf Diener. Aber wenn du runterfällst, dann bist du sowieso tot jetzt. Ja, ach nee. Ja, dann kann, was kostet so ein Schwert? Drei Emeralds. Nur? Drei. Nein. Oh, na klar. Ich glaub, das kostet sechs. Ja, drei, hä, ich hab jetzt mehr. Drei, mit Schwert. Okay, das ist krass. Drei. Das kostet wirklich so drei. Das ist krass. Ey, hast du noch einen Diamond, dann kann ich uns Protection 2 holen. Ja. Ich werd hier abgeschossen von dem Blauen. Ich hab vier, ich hab vier. Was ist das denn? Ja, ich hab trotzdem nicht genug. Willst du wiederhaben, oder? Nee, ich hab voll genug. Gut. Oder hast du noch welche? Wie, was? Ähm, Diamonds. Ja, ist zwölf Stück. Ja, dann können wir uns Protection 3 holen. Ja, ich komm. Oh, Junge, Junge. Oder noch nicht? Ja, hab ich. Ja, okay, dann komm. Man kann nur zehn, nee, kann man nicht. Ich hab kein Gold noch. Oha. Wie geht's ab? Guck mal her. Kannst du kurz die Diamonds irgendwie klappen oder so? Gut, danke. Danke, hallo. Kannst du dieses Ender Dragon auch noch kaufen, wenn's geht? Ja, was ist das? Dann kriegen wir einen zweiten Ender Dragon, wenn die acht Minuten zu Ende sind, wenn wir soweit kommen. Ja, wir haben jetzt wieder einen. Also ich hab jetzt genau fünf Dimes noch übrig gehabt, jetzt nicht mehr. Ey, wo ist denn eigentlich der Ender Dragon? Ja, ey, sobald die acht Minuten, also wenn wir soweit kommen, dann bekommen wir einen zweiten Ender Dragon. Sudden Death. Oder mit Spike. Was ist Sudden Death? Da spawnen dann Ender Dragon und die zerstören dann alles. Auch die, auch uns? Ja. Ey, kann man noch einen dritten kaufen? Kaufen wir einfach echt alles, was es hier gibt, ne? Kann man auch einen dritten kaufen? Nein. Achso, man kann's noch einmal kaufen. Ich hoffe, einer von denen fällt runter. Alarm Trap. Ich will erst mal EF in den Chat schreiben, ne? Äh, ey, was ist... Lass mal, lass mal in der Mitte campen und ganz viel Emirates holen. Ja, ich hab mir das. Lieber in unserer Base bleiben, die haben wir doch ganz gut gemacht. Ey, lass mal zu einer anderen Base gehen. Stimmt, stimmt. Ja, oh Gott. Ja, doch, doch. Weil da ist es ganz... Wir haben doch schon so viel. Ja, da kannst du noch mehr Feuerwälder und so, also so unendlich. Die hab ich gar nicht mehr gedacht. Warte, ich geh hier zu der, du gehst zur nächsten. Ja, schon zu spät. Zu nächsten. Warte. Ja, zu spät, ne? Ich seh blau in ihrer Base chillen. Ja gut, das war jetzt auch nicht viel, was da drin, muss ich sagen. Oha, hier sind einfach zwei Emiraldos mit drin. Geil. Zwei Emiraldos. Junge, ich konnte mir nur sechs kaufen. Enderperlen werden nicht auch schlau. Ja, mega. Wenn die Endertracken kommen. Wie viele Dias habt ihr? Ich hab nur mal fünf jetzt, ne? Ich hab gar nichts mehr. Ey, dann lass mal, lass mal, ähm... Oh, die schießen mit Pfeile, Alter, aber die können ich treffen. Ich hab gar keinen Bogen gekauft, brauch ich auch nicht. Glaub ich. Doch, ich hab den zweitstärksten Bogen immer gekauft, einfach mal sowas. Junge, die schießen runter. Ich weiß zwar nicht, wo die sind, aber die schießen... Ja, du musst aufpassen, wenn du runterfährst, dann warst das. Ja, ja, alles gut. Ach, echt? Boah, krass, krass, krass. Auf zwei Geräten, oha? Krass. Ich hab dich gerade auf zwei Geräte... Oh, krass, krass, krass. Ich will dir einfach das nachdoppeln, ne? Was du sagst, was ich war. Wir haben noch fünf Minuten, dann kommen Ender Dragon, ne? Und so nebenbei. Ja, ich wohne jetzt Enderperlen. Das kostet vier, Junge. Boah, nee, kein Bock. Ich hab mir auch Enderperlen. Das ist wichtig. Daher kommt noch zwei Geräte. Ich hab mich gefragt, worüber auf einmal sagst du es zwei Geräte. Ich geh auf... Ich geh zur grünen Base. Ja. Wie viel Emeralds hast du? 13. Junge, ich hab zwei. Junge, ich hab auch zwei. Ich hab halt in der Mitte gechillt, ne? Okay, sehr gut. Alter, bei mir ist ein Gelber. Ja. Du bist selber Agenturkogel, Alter. Ich weiß. Okay, danke für die jeden Fall, dass bei dir ein Gelber ist. Ich bin ein Gelber. So. Ich möchte doch nur ein paar Emeralds haben. Ich hab blau im Auge. Ich überleg grad, was ich mir kaufe. Blau. Ich mach hier grad Bogenfight mit denen. Ich kann ja mal nicht treffen. Ich hab sie schon dreimal getroffen aus der Entfernung. Oh, da kommt jemand. Ja, nach vier Minuten, dann kommen diese komischen Dinge. Ich wollt nur mal sagen, Applaus auf unserer Seite. Wir können den holen, ne? Theoretisch, ne? Ja, gleich. Ja, es wär echt gar nicht so schlecht, wenn wir die jetzt schon holen. Digga, nein! Nein, nein, nein! Oh, Lukas. Warum immer ich, Junge? Komm schon, jetzt sind wir im Nachteil. Euer Ernst? Ach, der scheiß Nicknack, Alter. Hat er gesagt, dein Ernst? Ja, wir schaffen das. Was machen die Ender-Drachen eigentlich? Ja, was? Wir haben nur nie so lange ne Runde gespielt. Ja, ich ahne nicht, weil er so hobbylos war. Ja, ist halt so. Wie viele Kills habt ihr? Die staken sich auch. Warum wurde ich mir eigentlich gerade Ender-Emeral? Marc, wie viele Kills hast du? Äh, keine Ahnung. Wo seh ich denn das? Ich brauch jetzt so. Ach so, da ist sieben. Sieben? Wie viel du, Lukas? Was denn? Kills. Kills, wo sieht man das? Oh, ja. Ich hab sieben. Ja, ja, sieben. Ja, auch sieben. Ich hab neun. Neun, okay. Ja. Warte, wo kann man sich hier leitern, Roman? Ist auch wichtig. Äh, was leitern? Vielleicht muss ich ja Block klatschen, ne? Das wird aber nix. Marc, warum? Eine, kann man eigentlich auch, äh, kann man auf Komma eigentlich auch 1,20 spielen? Geht das? Natürlich. Das spiel ich mal auf Komma. Keine Ahnung, aber Komma Badwars ist schrecklich. Nein, oh mein Gott. Ich spiel auf Komma doch kein Badwars, Alter. Das, äh, das spielen manche, aber für mich ist das gar nix. Das ist, das ist ausgelutscht. Das ist das. Weil da fällt man so schnell runter. Oder, keine Ahnung, ob sie es verändert haben. Jungen, ne, ne, man. Jetzt fiel mit zwei Eisen. Hast du dir dieser Feuerbälle-Fig von gekauft? Ich hab zehn Stück von den Dingern, ja. Ich hatte von den besten Dingern fucking... Der kommt uns nicht ein Ei. Ich weiß nicht wie ich von den Dingern hatte, 25 Stück. Mit nem Ei kannst du so ne Bridge machen, das ist wichtig, wenn die Ender-Dragon kommen. So, weißt du eigentlich immer, wie das alles geht, Junge? Hast du das alles schon gespielt, mal, oder was? Bis zum Ende. Ja, ich hab das schon mal gespielt, bis zum Ende. Ach, du bist so hobbylos. Wer hast denn dir Wasser einmal geholt? Ah, Wasser einmal, danke für die Info. Water Energy. Ja, hab ich auch schon erstmal gedacht, Water Energy. Den ich halt erstmal schön verkacke, wahrscheinlich. Das ist sehr wichtig. Weil ich halt im Stress war. Schön, dann, ja. Ich muss aber sagen... Junge, jetzt kann man eigentlich auch das Wasser wegmachen, Junge, das nervt nur noch. Boah, Junge, hat er sich gerade ernst? Was ist? Was denn? Oh, der hackt, der hackt. Wer hackt? Ein blauer hackt. Kannst du ihn informieren? Der hat drei Pfeile ganz schnell hintereinander geschossen, das kann man gar nicht. Ganz weit. Ganz, ganz weit? Okay. Wie heißt der? Ganz weit, ganz schnell. Wie heißt der? Wie heißt der? Warte. Ja, warte, der heißt, ähm, ähm, äh, Gil, unterstich Galad, Galad, Galad. Gil, Galad, 0,9. Das hat sich noch stehen in der, in der. Ja, 0,9 irgendwas. Hä, warum heißt der eigentlich alle 0,9 mit am Ende? Das ist komisch. Bist du dir ganz sicher, dass das Hacking war? Ja, ganz sicher. Der hat drei, der hat vier Pfeile ganz weit, bis, von seiner Base bis zur Emirate in der Mitte. Ich hoffe, der wird in der Mitte noch gebannt. Das wäre schön. Warum haben die eigentlich alle eine Endung mit 0,9? Das ist irgendwie komisch. Oh, wie? Die haben alle eine Endung mit 0,9? Das ist sehr komisch. Ja, aber man kann ja auch... Ich hab dich mal an meine WhatsApp-Konferenz... Ey, cool. ...einein machen. Was ist? Ich hab auf Chat reagiert. Ja, wie kann man denn reporten, wie geht das? Slash Report, ne? Ja, Slash Report, dann musst du dein Name noch hinten dran schreiben. Wie? Bei Slash Report. Wort, äh, wie heißt der nochmal? Gil, 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 Unterstrich. Noch 20 Sekunden, dann kommen die Dragons. Galat, Unterstrich, 0,9. Ich muss noch ganz schön zu unserer Base. Äh, Cheating. So, und, äh, ja. Und, Fett. Ja, noch sechs. Hab ich mal reportiert. Nein, diese Ender-Check. Ich hab keinen Bock auf den fetten Ender-Check. Oh mein Gott. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Gar kein Mann. Die sind alle, damit es drei Ender-Check. Wir kriegen jetzt 14 Eier. Ich hab 14 Eier. Ey, was machen die Drachen? Hier ist einer. Woher weiß man, welche auf unserer Seite ist? Keine Ahnung. Ach, das steht höchstwahrscheinlich oben. Oben steht das. Ja, aber da steht ja alles. Hä, wie kommen wir an die Drachen eigentlich dran? Ich hab keinen Bogen. Hä, wie, man kann auf den Drachen drauf? Ich wusste es noch gar nicht. Ey, was kann man auf den Drachen? Du hast doch gerade gesagt, dass... Ah, nee, kann man nicht. Okay. Hä, ich hab keinen Bock. Kann ich den töten? Nee, kann ich das wahrscheinlich nicht. Guck mal, der Drache fliegt einfach in mich rein. Ach so, was soll er auch sonst machen? Ey, kann ich einfach in meiner Base? Die sind beide hier. Oh. Ey, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Nee, ich kann gerade nicht. Ich hab andere Probleme. Hör mal unserer Base. Ich bin ein grüner, Babe. Ja, was macht der Drache? Ja, guck mal, was der macht. Guck mal, was der macht. Ja, ich reporte den. Hast du den auch reportet? Guck mal. Guck mal, wie schnell er schießt. Ich kann... Zack, 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 zack. Ganz schnell. Drei... Ganz schnell schießt der. Warte, lass mich gucken. Sag mal. Also, guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Stimmt. Ja, der hackt. Oh mein Gott, warum sind die Hacker im Game? Das ist ja langweilig. Ach so, langweilig. Nee, das ist ja immer eine Kacke. Hä, wenn man in unserer Base steht, da kann man doch gar nicht... Ja, was machen die Enderdrachen denn? Ja, die Dingsen einen runter und so langsam geht die Base, äh, die Map komplett kaputt. Ja, wo geht die Map kaputt? Okay, die Map kaputt. Ich hab erstmal in den Shit geschrieben, Hacking is not cool. Jetzt kann man das gar nicht sehen, du bist doch geil. Das hat man nicht gesehen. Ach, Digga, dann schreib das du mal rein. Guck mal, wie schnell der schießt. Ja, der... Der fragt sich doch auch gerade, was... Am Ende hackt er nicht. Ich wehe, du hast gelogen, Lukas. Nein, hat er nicht. Nein, der schießt ganz schnell. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Und ganz weit sogar noch. Am Ende hat er so eine komische Taktik. Ja, Taktik. Ich weiß, was der hat, glaube ich. Junge, was? Nee, 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 nee. Das ist... Scheiß, ich bin tot. Jetzt muss ich alleine gegen drei, ja? Ich geh mal zu dem. Wie heißt der nochmal? Ja, Galat. Kannst ihn auch noch reporten. Ah, jetzt steht er auf K, Junge. Jetzt hat er wahrscheinlich... Jetzt hat er wahrscheinlich... Reportet den bitte mal. Kabe ich schon. Nee, ich mein, Seher. Hey, wie macht man das? Slash Report und seinen Namen. Und da musst du in diesem Buch Hacking auswählen. Oder Cheating, was auch immer. Ja, ich hab Cheating ausgewählt, aber... Ach, müssen die den Drachen töten? Oder wie funktioniert das Ganze hier? Den Drachen muss man töten wahrscheinlich. Und dann hat das Team gewonnen. Nee, oder? Das ist ja langweilig. Oh, reporten done. Äh, Cheating. Ja. Ist doch Cheating. Ja, natürlich ist es Cheating. Junge, was macht der da? Ach so, ach so. Hä, oder kann man das irgendwie durch einen Trick machen? Hey, der andere macht das auch jetzt. Wie, der macht am Ende... Machen wir zwei. Das macht jetzt zwei schon. Uff. Das macht der andere jetzt auch schon. Ja, nee, der hat mich aber auch getroffen. Der hat mich aber auch getroffen, wo ich auf der ganzen... Das machen jetzt alle drei, machen das, hä? Hilfe, am Ende haben die anderen nicht klein. Die dann cheaten alle, weil der eine, der eine, der die ganze Zeit... Könnt ihr die bitte mal alle reporten? Geht mal bitte. Der eine, der hat die ganze Zeit hier oben gestanden und hat ganz normal geschossen. Und dann auf einmal war er auf K. Oder kann man das... Auf einmal war er auf K. Ja, und dann konnte er ganz schnell schießen. Der hat irgendwas eingestellt. Wie heißt der andere? Ne, alle machen das. Alle, alle drei. Ne, das ist kein Wunder. Die Chins bestimmt so auf Discord und haben alle so ein Hacklein. Ja. Und denken, dass es... So, wer heißt der andere? Wie heißt der andere? Komm, alle, komm, alle, komm. Weil so viele Pfeile können die doch gar nicht haben, wie viel die schießen. Ja, okay, ne, doch. Was ist auf der Mase? Der Deck, der haben ja so viele Pfeile ja schon verschossen. Ja, guck mal, guck mal, die wollen nicht runterschießen können. Wie weit die schießen können. Ja. So, ich hab jetzt alles drei Mal gemeldet. Und du kannst es ja nicht mal. Weil ich... Ja, aber guck mal, ich war eben auf der ganz anderen Seite von der Emirates-Ding. Ja, das war auch der ganzen... Das krass, ich war, weil... Ich war bei Geld bei unserer Base rausgegangen. Und dann hat er mich da mit drei Pfeilen fast getroffen. So weit konnte er schießen. Allen Pfeilen, die er geschossen hat, einfach getroffen. Komplett. Was macht er da? Ja, jetzt schießt er noch mal, hä? Das ist unfair. Ja, jetzt nicht mehr. Ah, ne, jetzt schlägt er. Hä? So schnell kann man schießen. Muss man... Muss man jetzt eigentlich den Ender-Schrecken töten? Kennt sich irgendjemand aus? Dann pack doch kein Damage am Blauen, das haben wir gespielt, ne? Du hast doch kein Damage am Blauen gemacht. Die haben bei unserem Gelben schon ganz viel gemacht. Ja, keine Ahnung. Du bridschst da einfach so ganz. Wann ich Face-Reveal mach? Wenn ich über eine Million hab, was nie passieren wird. Oh mein Gott. 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 Mark, I mustn't do Face-Reveal. Mal wo? Mal wo? Ja, bei einer Million hat er doch gesagt. Also... Also... Also ich weiß, wie du aussiehst. Ja, schön. Also ich brauch kein Bild von mir. Och Junge, jetzt schießen die hier in die Mitte. Ist das deren Ernst? Oh mein Gott, die sind alle Drachen. Ja, guck mal, wie weit die schießen und dann auch Treffen tun sie noch mal fast noch. Das ist ja mal sowas von Cheaten. Kann der bitte einfach sterben? Oh mein Gott. Ja, komm Yellow Dragon, komm. Ey, wie machen die das? Ja, wir werden mal kurz weg. Soll ich denn die Leute jetzt da töten, ne? Wann ist denn das hier zu Ende? Wir können es einfach auch hacken. Nein, in zwei Minuten ist es zu Ende. Achso. Ja, aber dann haben die doch safe gewonnen, weil sie noch so viele sind. Ja, weil die mein Damage am Drachen gemacht haben. Oh, das kann natürlich auch sein. Die haben schon die Hälfte. Wo ist denn der Drache von denen hier? Ne, die haben schon mehr als die Hälfte. Wir haben jetzt nur noch ein Viertel, hat uns auch nur noch Leben. Ja, aber die schießen ja auch wie so Spammer. Ja, die können das ja auch. Die sprayen. Die sprayen. Die haben kurz Minigran abgegradet. Ja. Wetten, es gibt irgendwie sowas, was man kaufen kann im Shop, dass man so schnell schießen kann? Wetten. Kann sein. Keiner hat einen Erb, meh. Wo sind die? Na, einer ist gerade runtergefallen, in den zwei. Jetzt sind es nur noch zwei blaue. Sehr schön. Ey, töte doch einfach die blauen. Geh doch einfach zu den blauen. Einfach so töten. Du denkst auch, dass ist so einfach. Ja, das geht besser. Ich kann es mal versuchen. Dann gehst du. In eine andere Richtung. Ey, denkst du... Ich bin dabei. Hast du Unsichtbarkeitstrank? Ne. Ja, dann kaufst du den, wenn du die Emirates hast. Hab keine. Obwohl, bitte. Und wo soll ich die einkaufen gehen? Weil die sind sowieso komplett fokussed. Die stehen, einer auf der Base und der andere auf dem Dach. Oh mein Gott. Dann probiere ich die einfach zu holen. Das kannst du. Mach ich. Nee, die sehen mich. Ja, aber es sind ja nur zwei. Es sind ja nur zwei. Aber guck mal, wie die spammen, Junge. Achso. Ja, aber du kannst es schaffen. Ich kann es schaffen, ey. Mit 2 live. Ich habe ja noch genug goldenen Äpfel. Werke einfach drauf, komm. Ja, warte. Ich will die Tränke trinken. Jampus. Was für Tränke. Und Speed. Nein, geht durch. Ah. Der Hacker guckt zu. Ja. Okay. Jetzt komm. Hinter dir ist auch einer. Goldenen Äpfel essen. Ja. Essen goldenen Äpfel und dann geht rauf. Höh. Guckst du hin. Höh? Nein. Und wer hat jetzt gewonnen? Kannst du noch spielen? Nee, es geht weiter. Es geht weiter. Ja, dann mach uns. Es geht an. Nein, es geht nicht weiter. Ich verstehe das nicht. Du kannst noch 34 Minuten spielen. Nee, das war es. Das war es. Ja, okay. Lass jetzt noch eine Runde spielen. Junge, das war die längste Runde, die ich je gespielt habe. Ja. Lass gleich, wenn die Dragons kommen, einfach probieren, das Team zu pushen. Wir wollen doch nicht nochmal so lange. Ja, aber wenn es nochmal so lange dauern sollte, dann lass einfach direkt das Team pushen. Das wäre sinnvoll. Ach so, der ist noch AFK und nicht da. Und die Junge geht weiter. Auch gut. Hallo? Lass mal auf Festnetz anrufen. Auf Festnetz. Das hat immer die beste Quali. Ja. Der Typ steht. AFK. Oh, der schiebt den hier rein. Oh, geht ja nicht. Kann man nicht. Mach mal. Hol mal das Bett. Einbauen meine ich, nicht holen. Nee, ich habe sieben Likes. Mhm. Das ist krass. Hast du ein Abo plus gemacht? Äh, das weiß ich nicht. Nee. 53 hast du jetzt. Das hatte ich gestern. Hatte ich? Nee, acht Likes hatte ich. Ich glaube, ich hatte es gestern schon. Du hast acht Likes. Echt? Mhm. Ja, bist doch gut. Läuft doch gut, den Streams. Ja. Vor einer Stunde streamst du. Vor einer Stunde streamst du. Ach so. Seit einer Stunde. Erst einer? Okay. Ja. Ich habe mir das für sieben Stunden. Hat sich lange geführt. Ja, mega lange. Das ist dann so zwei, drei Stunden. Oder so zweieinhalb. Ja. Ach, nicht schon. Wie schnell die Zeit vergeht. Hahaha. Okay, wollen wir Betten holen gehen? Wie ist das jetzt anfangen? Lass mal Betten holen. Hahaha. Lass mal Betten holen, ja. Aber, naja. Ich spiele jetzt einfach mit Lenkrad und Gaspedal, Digga. Genau. Einfach mit Lenkrad so schlagen, mit Bremse bauen und mit Lenkrad so nach links und rechts laufen. Wie lange denkt denn Lukas, geht denn meine alte Runde? 30 Minuten. Ja, wenn wir schon fünf Runden gespielt haben, du den Stream beenden willst, um 23.30 Uhr. So, bin wieder da. Ich war ja nur kurz weg. Ach, wir sind, hä? Wir sind blau. Ne, wir sind grün. Ja, lass mal pushen hier. Achtung, gelb. Ja, ja, lass machen. Wird der Profi. Guck mal hier. Oh, der fliegt. Oh, der kann gut bauen. Das muss ich mal lassen. Ja, besser bauen. Pass auf, pass auf. Ich bin tot. Ja, ich hab Geppel. Ja, lass zurück. Bedecken. Nein, ich kann aufbauen. Nein, 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 nein. Helf mir kurz. Ein Helf mir, wenn du mir hilfst, schaff mir das. Okay, er ist unten. Gut. Okay, jetzt drauf, jetzt drauf. Achtung, der andere kommt. Ich hab Dias. Die sind doch ganz anders. Unser Pad ist weg. Oh. Ja, wenn der auf AFK steht. Hallo. Lukas. Alarm. Alarm. Ja, Junge, was soll ich machen mit dem Holzschwert? Ja, das sind alle Tote, geh ich mal von außen. Alarm. Vielleicht hört er es ja. Er ist grad zu oben oder so. Also, Alarm. Ach, Junge. Was denkt der, wie lang dauert die Runde? Ah, ein anderer Map. Oh, der ist cool. Sieht gut aus. Wiederkommen. Will der überhaupt wiederkommen? Gleich so. Ich muss Alarm zu machen. Aber safe. Ich glaub, der braucht auch erst mal ne Pause. In dem Stream. Stimmt, der macht sich jetzt n... ...den Müll, den wir gelabert haben. ...beruhigungstee. Hey, der hat mal... Der Stream hatte mal 8 Likes. Jetzt hat er nur noch 7. Alarm aktualisiert sich einfach gar nicht. Nischt. Nischt. Level 11 bin ich jetzt auf einmal. Ey, lass mal wieder so'n SMP-Server machen. Jetzt auf einmal. Warte, ich helf dir. Ja. Ja, hä? Ach, ich dachte, wir sind grün. Hä, du bist auch tot. Ich hab auf die gelben geschlagen. Ich hab auf die gelben geschlagen. Nein. Nein, ich hab auf den Gegner geschlagen. So ist das Thema. Du hilfst mir. Ich dachte, du bist grün. Und ich hab auf die gelben geschlagen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Wenn wir die ganze Zeit grün waren, jetzt hab ich auf die grünen geschlagen. So schnell wird man verraten. So schnell wird's. Ich hab einfach den Gegnern geholfen. Wir haben schon 22.37 Uhr. So ein Aufruf und schon 37 Likes. Ah, verstehe. Nein, der Stream hat schon 33 Aufrufe. Nein, ich mein' bei nem Video. So ein Aufruf und so viele Likes. Ja. Bringt es was, wenn ich auf meinem Handy den Stream schaue und danach auf dem PC den Stream schaue? Ist das dann ein Aufruf mehr? Keine Ahnung. Vielleicht jetzt zwei verschiedene Geräte sind. Wollen wir's testen? Ne, das ist mit dem Konto. Wird das sicher auch geprüft. Was für ein Konto du hast. Wir wollen's testen. Oh, fünf Zuschauer. Wir kommen im Stream. Acht Likes im Stream, oder? Wir kommen im Stream, oder? Acht Likes, oder? Oder ist es nur bei mir wieder so? Ich... Schau mal, wieviel sitzt bei dir? Sieben. Hä? Sicher, dass es nur sieben sind? Mhm. Hä? Ja, hä? Jetzt sind's auch wieder sieben. Ja, YouTube entscheidet sich nicht. YouTube kann sich nicht. Was trinkst du? Wasser. Wasser? Schmeckt's? Ja, schmeckt. Schmeckt so wie Wasser, halt eben. Schmeckt's? Ich darf auch nicht vergessen zu trinken. Das vergesse ich beim Streamen immer. Das ist schlimm. Hä? Trinken? Ach, scheiße. Jetzt wollten wir ja ein Getränk holen vor zwei Stunden. Das vergessen. Hä? Jetzt sind's nur noch 13 Zuschauer. Der kann YouTube sich nicht mal entscheiden. Ach, das sind andere, das sind Leute, die wieder rausgehen. Wie nennt man diese Leute? Äh, the coming and going people. The coming and going people. Die kurz reinschauen und dann... Ah, der ist diskonnected. Achso. Achso. Oh mein Gott. Enderecho YouTube. Enderecho? Was für Enderecho? Lass mal gucken. Warte, ich guck jetzt mal ganz kurz. Enderecho YouTube. Hä, sechs Zuschauer. Wow. Oder? Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ja, das stimmt wirklich. Hey. Moin, moin. Warum ist der eigentlich jetzt schon wieder diskonnected? Gefühlt, das ist eine Duo-Runde, obwohl es eine Trio ist. Ja. Ich hasse die Map jetzt schon. Ich könnte hier sowas von oft runterfallen. Gabe muss eliminiert werden. Ich hab grad vergessen, wie das Spiel funktioniert. Hey, kommt der jetzt mal wirklich? Ich hoffe, der kommt noch. Am Ende sagt er, der geht jetzt. Ja, ich muss jetzt aus. Ja, so ist das immer bei ihm. Wetten, der ist also kein Bock mehr? Der ist kurz weg. Und dann, dann, dann sagt er, ich muss ausmachen. Wetten, der schaut grad den Stream und hat das gehört. Ja, das wirkt mich nicht. So, soll ich Godwild für ein paar Blöcke probieren oder soll ich lieber auf Save machen? Hm, Save. Oh, ach Mann. Jetzt sind wir zu zweit, aber so scharf es und so ist teuer. Super. Oh. Echt super. Danke. Danke, Minecraft. Meine Kraft. Du musst eigentlich Hypixel danken. Hypixel. Ist doch alles das Gleiche. Ich dachte, Hypixel ist der Erfinder von Minecraft. Ja. Hey, was kostet denn das? Ach, perfekt. Ich hab ein Diamond zu wenig geholt. Ich hab, ich hab noch acht. Ja, dann kauf mal Schafnuss, bitte. Ich, äh, geh nochmal weg. Ich geh nochmal kurz, ähm. Mir schon. Weil ich noch. Ah, jetzt haben wir Schafnuss. Hast du noch? Nee, kostet ja acht. Hm. So, jetzt hab ich auch noch einen Diamond. Oh. Äh, jetzt hast du wieder acht Likes? So, nochmal überprüfen. Nee, sieben. Warum wird bei mir acht angezeigt, obwohl es sieben sind? Bin ich blöd? Ja. Ich glaub mal, Minecraft alluzidiert. Nee, mein YouTube meine ich, nicht Minecraft. Nein, Minecraft. Boah, ich kann so nicht bauen. Ich krieg einen Anfall. Ja, ich weiß, du kannst nicht mit Wallhack bauen. Wallhack. Was bringt mir denn Wallhack beim Bauen? Ich dachte, du hast Kill-Aug. Das ist so schlimm. Hab ich ja ganz vergessen. Alles sind nicht mehr Kill-Aug, oder? Auf Luna. Auf Luna. Ach so, ach so. Wo weißt du noch? Die Tools. Warte mal, hä? Wo ist der jetzt eigentlich, Junge? Der kommt da wirklich nicht mehr. Also, wenn wir öffnen, wenn wir öffnen sehen, hallo, hallo. Seid ihr noch da? Ja, wo ist denn der? Wer denn? Ja, ich hab hier grad so einen roten eliminiert. In der Azure YouTube. Ja, genau, in der Azure YouTube. In der Azure YouTube. Lass den mal auf YouTube abonnieren. Warte, ich helfe dir. Nee, nee, lieber mich abonnieren. So, wir sind Thema helfen. Ach so, du bist ja hier. Ja, ich hab ihn doch low gemacht. Jetzt ist er tot. Danke. Danke. Mit an war das. Oh mein Gott. Und ciao mit, ähm, schreib mal ciao. Schreib mal ciao mit. Entweder mit C oder auf die deutsche Weise ciao halt, wie du es sprichst. Also, eigentlich schreibt man das mit, schreibt man das C, I, A, U, glaube ich. Welches Wort? Welches Wort? Ciao. Wie ist das? Ciao. Na, oh mein Gott. Ja, man schreibt es doch mit T. Ja, auf die deutsche Weise, aber eigentlich schreibt man das mit C. Nee. Doch. Ach so, ja doch dann. Soll ich googlen oder was? Ja. Ja, aber Deutsch. In Deutsch schreibt man es mit T. So wie der, äh, wie das im Skier bei mir in Chat geschrieben wurde. Ja, ja, aber das ist ja nicht Deutsch. Ja, das ist ja nicht Deutsch. Ja, aber so schreibt man es eigentlich. Zyapanisch. Nein, Spanisch. Das ist zyapanisch. Ich, wir haben kein Bett mehr, nur so nebenbei, also. Ja, ich habe auch kein Bett mehr. Ah, stimmt. Jetzt, äh. Du hast auch kein Bett mehr. Hä? Was? Was zur Hölle machen wir hier? Ich will die nicht mehr. Ah. Hä? Warum ist die Nachricht zurückgezogen? Was stand da? Was denn? Servus, wurde zurückgezogen. Der Bot. Ja, der, der komische Nightbot ist wieder mal zu. Ja, ich kann es nicht sehen, was er geschrieben hat. Perfekt. Weil ich habe nichts gesehen. Nein, im Chat stand drin. Ja, meine ich ja. Ich meine Chat, ich habe nichts gesehen. Ah, jetzt nicht mehr. Hä? Hä? Warum zeigt... Warum zeigt mein Handy an Nachricht zurück? Junge, der zeigt mir das an und auf einmal ist es wieder weg. Es gibt gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was mein Handy probiert mir zu sagen. Nein, mit YouTube. Ich sitze auf dem PC, Junge. Ich habe das jetzt auf dem Handy gemacht. Nee, ich mache das jetzt auf dem PC. Das ist viel besser. So. Also. YouTube. Ach, scheiße, habe ich ja Ton. Den wollen wir nicht. Hey, du kannst doch stumm schalten. Stumm schalten? Ja, stumm schalten. Ah, ja, das mache ich jetzt ja gerade. So, jetzt gehen wir hier auf, äh, Dingsbums? Nee. Hä? Ich bin so dumm geworden. Was? Das warst du doch schon davor. Äh, so, jetzt bin ich in deinem Livestream. Okay. Was habe ich gerade gemacht? Ah, jetzt funktioniert hier auch ein bisschen was. Ah, jetzt geht hier was. Ach, er hat die Nachricht zurückgenommen. Weil der das Wort verhalsch geschrieben hat. Ja, mein YouTube hat doch nicht so halbgebackt. Ah, so halbgebackt. Ich verstehe hier gar nichts. Ah, fünf Zuschauer. Hier sehe ich das doch viel besser. Ja, ach nee. Weil das nicht mein Chat ist. Nein, nein. Aber hier muss ich nur so einen leichten Blick zur Seite machen, so. Äh, man muss nicht so auf mein Handy komplett nach unten gucken. Ich habe jemanden runtergedingst. Wie schön. Ich habe dafür sechs Everett bekommen. Ja, lest mal den Namen. Lest mal den Namen. Wie will, kann man die aussprechen? Kasper, Kasper, Kas, Scheiße. Kasperski32. Ah, Enderecho YouTube. So, das gucke ich mir jetzt mal an. Ich will wissen, wer das ist. Warte mal. Enderecho. Gibt es den überhaupt? Ja, den gibt es nicht mal. Ja, du bist gut. Und ich bin einfach zu dumm. Und schreibe es falsch. So. Ah. Lieber in, äh, es bies, äh, aktivieren, genau. Aktivieren, nein, ganz nicht. Enderecho. Brauchst du ein Eiseschwert? Ja. Ja, dann warte. Ja, den gibt es wirklich. Der hat ein Video hochgeladen. Null Abonnenten. Perfekt. Null Abonnenten. Nicht mehr AFK, du kannst das Schwert nicht einsammeln. Da steht hier, da steht hier, äh, funny time fürs Freund in Fortnite. Ach so, der lädt ein Video hoch. Ein paar Sekunden funny, funny times fürs Friends in YouTube. Ja, hast du mit dem Eisenschwert gedroppt? Ja, hast du. Ja, ja. Hä, für was machst du mit dem Kreis, wenn du kein Wasser gebläst hast? Ja, ich hatte es noch vor. Das war schon mal free build. Jetzt sind es drei, drei Zuschauer. Drei. Drei. Äh, wir haben vier Diamonds. Äh, ich hab vier Diamonds, meine ich. Was kann man mit den vier Diamonds alles anstellen? Nix. Perfekt. Boah, haben wir eine Trap? Und der bringt uns jetzt auch nichts mehr. Ja. Junge, wo ist der? Der wollte doch nur kurz weg, Junge. Ja, gefühlt, der läuft nach, weiß ich nicht, Afrika. So, jetzt machen wir hier einen halben Tally Bridge, der kein Tally Bridge ist. Guck mal, ich wollte fast, ich wollte fast eine Stadt in unserer Nähe sagen, ne? Das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Hä, wohnst du auch? Hä, wohnst du auch? Äh, warum sagst du sowas? Ach so. Ja, ist auch schon fast. Aber man muss nicht halt ein bisschen die eine Gehirnzelle, die man besitzt, benutzen. Ja, die eine Gehirnzelle, die muss benutzt werden. Use your... Was heißt Gehirnzelle? Braincell. Ja, du bist so gut in Englisch. I guess. Was für ein Braincell? Ja, Gehirn heißt Brain und Cell heißt Zelle. Ja, bitte. Wetten, es gibt ein extra Wort dafür. Ja, soll ich googlen? Wetten, es heißt Braincell. Ich google jetzt. Wenn das Braincell heißt, dann fresse ich keinen Besen. Gehirnzelle. Gehirnzelle. Ja, Braincell. Braincell. Ah, moin, wie alt bist du? Hat Tobeite geschrieben. Äh... Tobeite? Wie, wie schreibt man das? Ja, keine Ahnung. Ich schreibe... Toe... Toe Byte, I guess. Toe Byte? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Du wolltest was gefragt. Äh... Ja, Personal Info wird hier nicht geteilt. Auch so wie... Shared. So wie, äh, Wohnort und so, das wird nicht öffentlich geteilt. Ist auch besser so. Du sollst ihn Toe Byte nennen. Ja, Toe Byte. So spricht man das auch eigentlich aus. Toe Byte. Ja, nur es ist halt so... So... Ja, egal. Äh, ich kann mir noch ein Ding von uns kaufen. Nee, aber jetzt war wirklich... Der wollte doch nur... Hat er gesagt, er geht kurz weg? Oder hat er gesagt, er geht länger weg? Boah, keine Ahnung. Ich glaub, der hat kurz gesagt. Geht kurz. Ja, daraus wird nix. Kannst du mal so sagen, wenn... Warte, ich geh mal kurz hoch. Stopp mal kurz. Also, weiter Aufgabe-Effekt. Du weißt, ich bin nicht Aufgabe. Ja, wir spielen doch Java. Hä? Achso. Kannst du gleich auf Java wechseln und da hast du nur... Hä, ich bin doch auf Java. Das doch... Ja, wir spielen beide auf Java. Das ist doch Java, das nennt man Hypixel, diese Server. Luna Klein. Den gibt's noch auf Java. Hä? Ja, wechsel mal auf Java. Okay, ich wechsel auf die, aber warte. Ja, warte kurz. Jetzt kommt Never Go Nix. Nee, da krieg ich kaum ein Reclaim. Lass mal Bad Rock Bad Wars spielen. Jeder Eck da. Perfekt. Ja, da heckt mich jeder. Oh mein Gott. Ich kenn die YouTuber-Insel. Ja, aber ich schau sie nicht. Was war das? Was denn? Ja, alles gut. Wo ist der jetzt hin, Junge? Das ist ja... Nassst du das, wenn der sagt, er ist kurz weg? Ja, oh mein Gott. Und dann ist er nicht da. Und dann dauert das Gefühl zu 10 Stunden, bis er wieder hier ist. Echt? Das wird langsam komisch. Weißt du, wer er ist? Ne, ich weiß nicht, wer du bist. Soll ich mal nach dich googeln? Oder wie? Wobei? Hä? Ah! Hey, wer ist das? Warte mal. Warte mal. Ich will mir... Ah! Ist das nicht der Admin von diesem YouTube-Projekt? YouTuber-Insel? Kann sein. Ah, perfekt. Ich werde von irgendwas geholt. Das ist der Admin. Hier sind wir schon. Oh mein Gott. Ah, perfekt. Hä? Das hat keinen Sinn. Ich kenne dich von den... Mein Bruder schaut nämlich YouTuber-Insel. Und da war er einer, der hieß Towaid. Und dein YouTube-Kanal? Der sieht auch legit aus. Ja. Ja, dann... Hallihallo. Was machst du hier? Ach so, was machst du hier? Was machst du hier? Ich frag dann, du. Würde mich ja mal interessieren. Okay. Oh, mein Bruder. Der ist recht jung. Ich weiß ja nicht. Also nicht zu, aber... Wie alt du bist? Äh... 24? 20. 20. Hast du noch Dimens? No. Ja. Hast du noch Dimens? Was denn? Äh, ja, vier Stück. Äh, kannst du... Pro Texten 2 kaufen? Ja. Ja, haben wir das nicht schon? Fast 19. Ach so, nee. Ja. Er ist 19. Ja, okay. Ich hab die zwei Nachrichten vermischt. Perfekt. Ah, perfekt. Er ist 19, okay. Wie viel streamst du eigentlich noch? Was hast du vor? Noch eine Stunde oder? Oder länger? Äh, ich denke mal, oder halb. Ich denke mal, ich mach noch so eine Stunde oder so ungefähr. Und dann... Okay, ja. Also, so lange noch nicht mehr. Ich slumpf nur noch im Korb. Ja, ja, das schon. Aber ich denke mal... Ich schreib dir jetzt auf Worte. ...wann ich heute nicht mehr so lange, aber... Mein Bruder sieht ja später das VOD, also... Ich sag dem das dann später. Das... Hallo? Das wird er mir so... Das wird er mir nicht glauben, ey. Ist wieder da. Hallo? 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 Fieger. Hier geht auch alles ab im Chat. Ja, bei mir im Chat ist jemand von so einem großen YouTuber-Projekt. Okay. Wo auch Avive und so... Ey, Avive kennst du? Ja, kennst du? Okay, kennst du. Äh, ja. Da macht doch Avive und so mit. Und noch... Und... Ja, keine Ahnung, ich kenn die nicht alle. Den Chat kann man später auch noch sehen. Ja, wie über Dinge, kann man das später noch angucken. Da muss man kein Screenshot machen. Ja. Warte, ich wollte überprüfen, ob man den Chat in-game... Ja, komm, dann gut. Ah, has disconnected they have five minutes to rejoin before you are removed from the party? Nee, 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 ja. Lampfer, du hörst doch jetzt nicht auf, oder? Nein. Wo warst du eigentlich? Hast du nicht gesagt kurz? Ja, Junge, aus kurz wurde lang. Nee. Jungjung. Aus kurz wurde lang. Okay. So, es wurde lang. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt noch mal kurz auf die YouTuber hin. Ich muss noch mal für morgen... Das Unheil. Okay, ich schau mal vorbei, ja. Das Unheil. Ja, dann, äh, ciao. Äh, ich seh... Ich freu mich gern, wenn du noch mal vorbeischaust, ja? Ja. Du so, ja. Was machen wir eigentlich hier? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren, das ist das Problem. Das Unheil kommt. Und ist ein bisschen komisch, dass jemand... Ey, neun Likes auf einmal, hä? Aber der backt ist wieder nur bei mir. Soll ich mal nachschauen? Ja, ich kann mich jetzt schon wieder backen. Dann fress ich ein bisschen. Hä, jetzt auf einmal wieder acht? Bei mir steht acht. Ja, eben stand da neun. Junge, das zeigt immer eins mehr an. Oh, das kann einfach in die Zukunft gucken, mein Handy. Können wir jetzt mal die Betten abbauen? Mein Handy kann in die Zukunft gucken. Nee, jetzt sind es auf einmal acht. Ich verstehe nichts. Björn, Kesh, wie soll ich dich eigentlich nennen? Weil du willst ja so nicht genannt werden. Denke ich mal. Ah, Junge, warum sind meine Sounds so laut? Das Ende der YouTube-Insel. Okay. Kennst du das, Lukas? Ja, ja. Nee, weißt du, ich bin vom Planeten YPX. Ja, ich kenne das nur von meinem Bruder, weil... Hä, auf einmal nur noch ein Zuschauer. Oh, hä, was ist jetzt los? Krasser Alex sollst du ihn nennen. Krasser Alex, okay. Krasser Alex. Okay, krasser Alex. Hä, aber... Sicher, dass es real war? Ja. Warum? Ich hab seinen YouTube-Kanal angeschaut. Weißt du, du weißt, wer das ist, leh? Wenn ich jetzt nicht dumm bin, dann ist es doch der eine Bruder von dem... Äh... Weiß ich nicht. Von dem einem YouTuber, von dem... Wie heißt denn der? Äh... Äh... Wie heißt denn der? Bist du sicher, dass es nicht fake war? Nein, nein, ich hab seinen YouTube-Kanal angeguckt. Ich glaub, das ist der Bruder von dem Mango. Wie heißt denn der, Mann? Warte, wie viel Abos hat er? Der hat 6.100. Ja, genau. Ich glaub, das ist der Bruder, der weiß jetzt von dem einem YouTuber, der aber... Was hast du denn gerade angeguckt? Welchen... Wie viel hatte der, der gerade im Chat war? 6.100. Ja, voll, es ist doch der Bruder von SU ist das doch. Nein, du musst, guck mal, du bist auf dem Kanal von Chat, du musst auf den Kanal gehen, der hat 96. Okay, warte. Du musst von dem Chat und dann auf den Kanal. Ja, ich kann halt leider nicht drauf drücken. Hä? Jetzt gehst du zum Kanal, der hat 96 Abonnenten, ne? Tüchiger, also ich glaub, das ist dann... Ich kann leider nicht drauf drücken, weil ich mein streamen. Doch mach auf dem Handy, mach auf dem Handy. Auf dem Handy geht das? Ja, gut. Ich sag mal so, Marc... Ich glaub, so war von Hobbs genommen gerade. Ja, okay. Aber eigentlich... Ja, du sagst, der hat 96 Dings und der hat irgendwelche Videos da von Felgen vom Auto oder so. Digga, das ist so ein 10-jähriges Kind, Alter. Oh, Gott. Ich glaub nicht, dass der Fortnite-Videos hochlädt. Nee. Ja, Digga, was ist mit dem falsch? Digga, der hat's auch gefreut, dass der dich... Hobbs genommen hat. Zum Kanal? Ja. Hm, nö. Auf jeden Fall real, ne? Digga, der hat zum Video, wo er auf dem Pferd reitet, oder die, oder der, ja, keine Ahnung. Junge, ich hab doch gesagt, dass es fake ist. Ja, aber wenn ich... Aber wenn man den Namen... Äh, wenn man den Namen... Eingebe ich auf YouTube, dann hat er... Ich dachte, der Typ hat den... Ah, Grün ist bei uns. Oh. Ich hab ihn, aber... Ich dachte, du bist... Hast du das wenig... Ah, hör? Was haben wir gemacht? Hä? Ich hab nix gemacht. Wir haben gewonnen. Junge, es war doch so klar, dass es fake ist. Ich dachte, der macht das so, mit auf dem YouTube-Kanal gehen. Hä? Ich dachte, du hast das so gemacht, wie ich's gemacht hab. Nee, hab ich eben nicht, weil... Ja, warte, ich das in meinem Chat nicht machen kann. Der Chat hat das nicht, warum auch immer. Ja, lädt ihr mich ein. Ich finde den YouTube-Kanal doch gar nicht. Lädt ihr mich ein, BD. Hallo. 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 Der hat erfolgreich irgendein... Ey, aber wie kann man denn so Hobby los? Sorry. Kann man nicht jemanden in die Party einladen? Hey, wie findet ihr den YouTube-Kanal? Ich finde den YouTube-Kanal nicht. Bin ich... Hallo? Ja, das ist... Wir können den YouTube-Kanal finden. Ich finde den nicht. Was ist denn für den YouTube-Kanal? Ich kann nicht... Wenn ich einen YouTube-Kanal suche, finde ich den so nicht mal, ne? Ja, ich lasse dich ein. Ich hab ihn gefunden. Der kommt da raus mit so 6.000. Ja, aber eigentlich hab ich keinen Bock auf ihn, dass der hier im Kanal... Kann ich denn irgendwie... Ja, dann hat er 6.000. Ey, was für ein Kanal? Hä? Wie im Kanal, wo im Kanal, was? Nee, aber wenn du da drauf gehst im Chat und dann zum Kanal... Ja, dann kommt da der 96 Abonnenten. Und macht so richtig komische Videos. Deswegen hast du ihn jetzt ausgeblendet. Ja, ich hab keinen Bock auf ihn. Ich hab keinen Bock auf Faker halt. Nee, aber wer sich so komisch nennt, nee. Und dann auch noch so tut, als wär er echt... Nee, danke. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fake ist. Einfach mal, einfach, ähm... Ich wollt's halt sogar dir noch schreiben, so. Weil ich's ja nicht... Ich wollt's nicht einfach so sagen, aber ich wollt's dir noch schreiben. Und ich war mir nicht sicher, ob der... Ob der Notzapp wieder mit, äh, ob... Wieder mit PC und dann wird das so im Stream gezeigt, so. Nee, wird's nicht. Ich übertrage nur Luna. Also, das sieht man nicht. So, ich dachte, du machst Bildschirm übertragen. Nee, mach ich nicht. Weil sonst wär ein bisschen... Ja, weil das Thema sicherer ist, weil sonst ne WhatsApp reinkommt. Ja, als ob sich irgendjemand für dich interessiert würde, ähm... Was für WhatsApp-Nachrichten bekommst. Stell dir vor, stell dir vor, jemand, äh, erwähnt in dieser WhatsApp, wo ich wohne. Okay, das, äh... Das kann... Ich sag's... Mal. Ich geh schon raus. Werde weniger. Aber ich hab den ausgeblendet, weil... Ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Guck mal, der hat's so getan, als wär er... Und dann hat er irgendwas so getan... Er hat... Nee, das gefällt mir nicht. Aber du kannst doch auf den Kanal gehen. Du hast doch safe YouTube offen, oder nicht? Ja, ich hab das jetzt gemacht. Ja, der Stream. Ja, dann kannst du auch da draufklicken, auf den Namen, dann auf zum Kanal. Ja, ich weiß. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Fake ist. Ja, das war auch Fake. Ah, hallo ADHS-Gurke. Ja, die ADHS-Gurke, da... Der kommt von Mega-Bild. Warum wollt ihr denn... Warum wollt ihr denn eigentlich, dass du dein... Dass du deinen Bruder holst, Junge? Wie dumm. Ja, der wollte den ultimativen Prank machen. Also, ich glaube nicht, dass jemand wie er so damit flexen würde. Er geht eigentlich... Also, wenn ich dann ernsthaft so Mitglied wäre, wette ich, dass... Nee... Also, ich würde damit nicht... Ich hab's aber realistisch genommen, weil die mal manchmal sowas machen, zu kleineren YouTubern zu gehen und dann... Dann einfach eine fette Spende raushauen. Und dann fragen, ob die mitmachen wollen oder so... Oder die machen auch so komische... Äh, nicht komische, aber... Wie soll ich sagen, so... Ganz viele... Contests oder wie das heißt, wo kleine YouTuber sich vorstellen... Wer mitmachen kann. Okay... Und die sind dann... Die sind dann ein bisschen komisch, manchmal, die Videos. Deswegen hab ich komisch gesagt. Aber ja. Also, ich glaub, das ist nicht so komisch, das Autoreifen sein. Aber das ist natürlich eine gute Chance für kleine YouTuber, groß zu werden. Ja, aber ich glaub nicht durch den Prank. Nee, das war ja auch ein Faker. Das mag ich nicht. Du hast schon drei Euro in Plus gebarriert, ne? Geil. Ja, von gestern aber. Ja, von gestern. Wie 53. Du hast schon neun Likes, oha. Oha, das wird bei mir jetzt auch angezeigt. Nee, jetzt sind's irgendwie neun. Ey? Ja, ich sag's doch, mein Handy kann ich jetzt gucken. Oh mein Gott. Einfach neun. Wieckes. Zeck, jetzt sind's neun. Ja, jetzt sind's neun. Ja. Tobite. 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 Und dann tut der auch noch so jetzt verächt und sagt so, wie man seinen Namen ausspricht. Du kannst mich so und so nennen. Hallo, hier ist rot, hier ist rot, hier ist rot, hier ist rot, hier ist rot. Nein, nein, nein. Ach so, ich dachte. Wie du das machst. Hm. Hm. Ich bin halt Arme. Aber es war ganz schön rüber, ne? Oh, jetzt hab ich den. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Hä? Boah. Wir müssen zurück, wir müssen zurück, weil das... Ja, weil das mit der YouTuber-Insel, ich stream grad zur Zeit nur so viel, weil ich... ich bin grad am reden, du so nach... und ich nicht weiß, wenn ich Schule wieder was für Schule machen muss ob ich wieder so viel streamen kann für die YouTuber-Insel muss man glaube ich viel streamen also sag mal so Marc, ich glaube nicht, dass du bei der YouTuber-Insel das kann passieren das heißt wenn die Vorstellung gut ist, kann man da mitmachen da spielen die größten Hallo, hast du mir eigentlich vorher zugehört was ich gesagt habe die haben schon zweimal oder so kleine die haben schon zweimal oder so kleine YouTuber reingelassen ins Projekt oder mehrmals ja sorry, ich verfolge halt so einen Grinch-Kram ey, du hast 10 Likes, ne? ja, Lukas hat auch den Daumen nach oben gegeben ich habe schon längst den Daumen nach oben gegeben ich war glaube ich sogar der Erste, oder der Zweite ne, ich war der 9 krass echt? ich kenne mir noch 9 an, mein Handy-Spec 10 ich glaube, Handy sind einfach schneller ich kann einfach in Zukunft gucken hä, Handy schau dir nicht mehr also YouTube-Studio sagt immer noch 9 ja, beim Handy hast du einfach 1000 Abos ne vom Handy hast du 1000 Abos du hast 1.000.000 Abos du musst jetzt Facecam anmachen MrBeast hat mich einfach promotet ne was? ja, wahrscheinlich 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 ne Junge, der Typ dachte auch wahrscheinlich war das einfach so ein kleines Kind was sich so, äh, so krass gefühlt hat weil er es geschafft hat, sich so aufzunehmen sowas hätte ich früher aber auch gemacht aber der ist halt, der ist halt wirklich 10 oder sowas er so, ja, ich bin 19 dann so, ja, komm, 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 Sprachkanal er so, hallo da kommt der so mit Voice Changer ja, auf jeden Fall realistisch weißt du noch, wo du da immer mit so anderem Accounts ins Sprachkanal rumgehend so, in den Airbus wir waren mal so abgefuckt, Alter warum kaufe ich mir eigentlich immer Eisenrüstungsdruck so dumm doch, Eisenrüstungsdruck so ist gut ja, aber ich mache das immer so, bevor ich mir überhaupt irgendwas anderes kaufe, das ist voll dumm das ist eh komisch ich warte immer so, bis ich 12 Gold habe und dann kaufe ich mir direkt einfach Eisenrüstung ja, Ronin, 2, 2, 2, 0, 9, 0, 6 oh, come on, Blue, we have two people Alpha Stein, ich denke ich ja, was, we have two people ja, so, oh, come on, Blue, we have two people two people Junge, warum wir haben doch keinen als ob man dann so gesagt, ja, okay, ich lasse euch in Ruhe das ist round down the pit by the ultimate urbo ultimate urbo ich der so meine Luga einstellt gleich kommt dann noch hier ich habe keine Ahnung ja, gleich kommt noch Wife in Stream ne, gleich kommt so MrBeast in Stream ja, Moin ja, Moin er kann auf einmal Deutsch er kann auf einmal Deutsch ja, auf einmal ne, so Notch kommt so, Erfinder vom Hang ja, kann mir jemand mal hier Blöcke hinbauen, eventuell ich habe keine Blöcke ne, flieg da ja, echt? ja, ey ey, nein, du musst dir den Mega-Hack runterladen Digga, ich komme runterladen du musst dir den Mega-Hack du musst dir den Mega-Hack du musst dir den Mega-Hack mach dir das wieder, als er frische Herz mhm mhm warum ja, aber wir haben es ja schon mal gemacht am Ende war es ja frei verschweigen Davide, die Roberto ey, warum steht der jetzt Wos? hallo Davide wo ist Wos? ja komm, wir machen Bayern bestimmt Wos? nein, ich kenne den von Nistau Wos? 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 Digga, was? Wos? 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 Hallo, I'm MrBeast Was? Wo ist das? Wie geht's, äh, echt gut? Wieso? Warte, ich guck mal mein Handy ob's wieder in die Zukunft guckt ja, hallo, I'm MrBeast ah, Schatten nein, 43 Aufrufe hat dein Ding Schwums schon 59 hat's bei mir nein, ich mein das Video, ups ja, ich hab grad auf das Video geguckt äh, Aufrufe kann ich ja gar nicht sehen, stimmt ja gut, gut du hast wieder 9 Likes 10 6 Zuschauer okay, jetzt soll die ganze Zeit auf die Zuschauer schauen 10 Likes jetzt wieder hey, nein jetzt wieder 10 Likes, denn jetzt gibt gar keinen Sinn mehr hey, wie meinst du, wo bin ich gelandet? bist du gelandet? gelandet? inwiefern? ja, er fragt wo du gelandet bist jetzt beantworte du, wo man mag man, 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 man ja, jetzt beantworte du noch mal, wo du gelandet bist ja, jetzt beantworte du noch mal, wo du gelandet bist vielleicht noch genau, wo du gelandet bist ich wollte dir sagen, wo du gelandet bist ja, sag mir mal bitte in Afrika in Afrika in Afrika, genau hä ja, sowas ja also ich bin schon immer bei Megabild und das mit Cloud hat sich erledigt und sonst wann warst du da eigentlich zuletzt online so wo denn? bei Megabild hä, heute wir haben vor lang die letzte Zeit gespielt auf Megabild ja, vor lang vor viel meine ich, na klar hm warum ist dein Kopf hohl? ich glaub, deiner deiner ist noch hohler, ja den Kopf hohl ja, war mit dem mit Cloud das hat sich erledigt dann mit äh mit Cosmic das war ja dann irgendwie die Kopie hat sich auch erledigt er hat geschrieben er hat geschrieben du bist im Altenheim gelandet also und sonst mach ich nix mit anderen Sorgen zur Zeit zur Zeit? dann weiß ich ja nicht wer bridget hier so profihaft? ne, Cosmic hat sich auch erledigt da macht irgendwie niemand ja, doch der Server wurde auch schon gekündigt schon längst schon lange was? was redest du? ja, das ach so, du kannst dir das früher sehen echt? oder? ja, das war kein Sinn ich hab die Nachricht nicht mal gesehen die kam bei mir so 10 Sekunden später ja was lauf ich eigentlich mit Diamonds holen? dumm zwei Diamonds holen äh ich hol mal mit Diamonds er kennst du nicht? ja, so dumm ja, wir können jetzt halt die Diamonds aufteilen so Hälfte Hälfte falls einer runterfällt die sind jetzt bei uns hä, wie meinst du? hä? die sind bei uns wer ist uns? wer ist wo? oh Gott wer ist uns? ja, wer ist uns? genau, wer ist uns? gute Frage wer ist uns? wer ist uns? oh Gott ja, er redet ja nicht von uns wie wir hier gerade spielen höchstwahrscheinlich ich Alex Bas BasicBit ey wer ist uns? hä, wie? ich versteh gar nichts gibt's jetzt einen neuen Server oder wie? Cosmic ist tot aber gibt's jetzt wieder was Neues oder was? der hat Luggins gemacht und so weiter hey ach der hat nen eigenen ach ah ja, ok wie heißt der sogar? wie heißt der sogar? hä? ich find's der Base nicht mehr zurück Hilfe da wo's Geld ist ach, guter Tipp guter Tipp machen Richard wie, wie das hä? der Server heißt Richard und Endo Fanboy nein, ich hab so viele Endorids gehabt wurde er gefallen? nein, weil da hat man so einen Feuerball rumgeschmissen du hast einen Feuerball rumgeschmissen nein, irgendeiner ach so, ok so heißt das aber nicht ich hab schon gedacht real brave green was für real brave green machen die da mit? Richard und Endo warum dauern eigentlich unsere Runden so lange? warum pushen wir nicht einfach? und wir lachen wollen also jetzt zumindest wir labern einfach nur ja, aber ihr labert auch irgendeinen Müll ja, hä? ja, hä? ja, hä? ja, hä? okay ja, lass mal pushen gehen ja, viel Spaß ja, viel Spaß ja, viel Spaß ja, und wie heißt der Server? myskylabs trap 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 myskylabs.de was für punkt.de ich glaube ich myskylabs hat Endo den nicht in den Cosmic Server reingeschickt? kann sein ich hab das einfach ignoriert im nein, sorry das machst du also mit meinen WhatsApp Nachrichten stimmt doch gar nicht ich find der, der schneller hat was also ja, du bist auf WhatsApp AFK so wie ich auf Discord ja, genau ne, der guckt doch auf Discord ich schau mir das mal später an ich bin nämlich beim Limit von Discord-Servern perfekt so wie immer war das jetzt die Chat-Nachricht? ne, das war ich selbst ach, das warst du selbst ich hab ein Limit was heißt? ich bin am Limit ey, warum hat man ein Limit? man hat mal Limits 100 Server sind das so dumme so, ja, ich hab nur so 12 oder so ja ich chill mit 100 und ich muss immer irgendwelche liefen damit ich auf neue kann naja, viel Spaß ja, okay tschau tschau viel Spaß dir Koch dir Koch dir Koch dir Koch dir Koch ich Null? was für ich Null? warum ich Null? krasser Alex krasser Alex warum ich Null? krasser Alex Jürgen das ist ja so geiler aber alter wenn man ihn so nennt krasser Alex er hat's gesagt er sollte wilder heißen ach komm und runtergebounced wow geil warum ich Null? oh mein Gott ich wäre fast runtergefallen oh mein Gott wenn runtergefallen er war aus aufs 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 ich hab auf hast du auch ausgelesen deswegen hab ich auch ausgelesen außer dazu hast du aufgelesen ey ausgelesen ach Junge Luca du flamierst mich du flamierst mich gar mal nicht du ne alles er macht gar nichts ich hab nichts gemacht gar nicht nur eine Bier getrunken nur eine nur eine nur eine was geht jetzt schon wieder ab hier ich glaub ja alles tut uns nicht gut das gefühl irgendwie auch nee fast wie du bleibt und ist die schönste plattform wie es gibt ja ja ein aufrufs 37 likes 2 dias oder mehr ja ich hab ich bin grad schon am protection von 2 ja ich hab doch 8 dir ich hab ich hab 7 und hab jetzt noch mal 4 ah aber jetzt 4 jetzt genügend genügend dann kauf mal kauf mal ein kauf mal das bridge ein bridge ein ja mit dias kann man das aber nicht kaufen nein das kann man nur mit mit ebrei und aldos wie sobald gleich stecken ja klar hier brauchst du jetzt noch dias oder ja so gib mal ja gib mal ja so ein geiler stream habt die ganze zeit lachflash ahja ja ja klar doch immer nur geile streams ja ja musst einfach so den titel umändern was zu was zu was der streamtitel schau äh was nein ja was denn du stream streamtitel jungen ich kann nicht mehr reden oh mein gott alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut ich bin schon wieder los was häh was lag ich eigentlich in der scheiße was das kommt mit dem alter lugar was die tiefrechte überhalt die jugend heute tagen ah rot wo hi hä ja der ist wieder weggegangen ja der ist wieder weggegangen hä wo hä die ampel ist rot das auto was für rotes auto ja das auto so ich hol mir jetzt erstmal hier die gucci hosen so oder ruhig machen britschei die hosen habe ich auch schon warum eigentlich sind gut hier hosen was nur eine hose an hoffentlich oder was nicht immer drei übereinander hat jemand zwei dias protection 3 kaufen lasst mich gucken sie knapp aus bei mir ich brauche hier wieder riesen besser was habe ich jetzt gold eingesammelt ich bin manchmal so dumm auch wenn du dazu sagst ja es stimmt denkst du auch an die stützen dass ich einbricht so ist ich habe die statik berechtigt wie ein müde angenangt naja ich wusste ich statik noch was die ersten damit du das bauen darf uns erst eine architektik aus und ich muss das bauamt noch fragen braucht eine baugenehmigung ja also bis zwei wochen dauern das ist dann bauen darf du meinst sechs wo blokt natürlich ja das ist illegal was du hier brauchst jetzt wird ich habe ich muss bei die 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 brücke genau die die brücke ecke auf dem mann hier ist jemand hier ist jemand unsichtbar ja red red oha es hätte nicht erfolgt habe ich den bogen umsonst gebaut gibt eigentlich eine kai wie nennt man das was dann wie bei weißt du wo man das immer nachgucken kann ja gerade genau das ist jetzt oder geht das hier ach nur in lobby ist nur in lobby ist nun lobby ist only available in lobbies die komanel sind auch nie abjahwele ide lobby ist ja ich bin auch nicht mehr ja ich bin eigentlich nichts gut angst aus der champ digger wasser schall ja ich weiß halt gute zeug ja wir nennen wer heißt luca das ist der von rammstein oder so oder aber ich weiß ich weiß nicht genau was er gemacht hat hier heißt jemand hier heißt bei uns jemand angel im end auf bett was jetzt der angel natürlich ganz schnell ganz schnell ich kann schnell warum gucke ich warum bin ich in deinem kopf drin wer hat gerade was getrunken ich nicht auf gar keinen fall habe ich gar keinen fall was getrunken wer hat was getrunken ich nicht kleines bürchen geht immer ach so hast du uns was zu sagen hier nur so ein kleiner disclaimer wir promoten nicht alkohol doch ist er ein kleines laufendes nein 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 warum bist du eigentlich mein kopf zu fett oder ist das ein wohlstandsbauch es ist die wampfe die vorne hängen das ist die wampfe was haben wir hier für wampfe juge was für wampfe nein ich hab in die eisenspitzhacke 2 blau kommt blau kommt blau kommt blau bricht blau macht einfach ähm ach du die sind mega gut der ist mega gut der ist mega mega duper gut braun kann ich auch jung aber auch mit fighten muss man können der ist ja mega gut was ist der gut ich seh nix weil die alle bei mir rumhängt ich bin ja mega gut ok der wollte blottschen aber ich hab ihn lukas blau kommt blau kommt blau kommt blau kommt blau kommt ach so blau kommt blau kommt und die ist blau ich seh schwarz nein die haben TNT nein 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 unser Bett ist tot unser Bett ist tot ich hab ein Herz ich hab ein Herz unser Bett ist tot dein Bett ist auch schlecht tot unser Bett ist tot seit wir leben betten ja seit wir leben betten ja ja gute Gesprächszene ey Lukas mach mal Musik hör deine deine nein Copyright hallo hilfe du musst was wollt ihm jetzt tot diga so stellbar ich halte schritt ja ich bin auch tot nein ich bin nicht tot die anderen sind tot auch der einzige ach diga ja easy komm jetzt push mit blau irgendwie ich hab mich und wissen wir es darf ja nicht mehr weniger blau mehr blau oder was für ping habt ihr eigentlich mit dem Sir auf dem ich hab ein ich hab ein 19er du hast ein 9er ich hab ein 113er also bei mir steht du hast ein 9er ah ich bin tot hä ich hab ein 105er der guckt nach seinem ping ey und der wird ich wird getötet können wir was anderes spielen vielleicht ja doch das mal was anderes das mal was anderes das mal was anderes nein ich bin kein Skywars Gommel 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 oh ne ich kann aber kein Skywars erster 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 ja weil du Chapik hast ne ich hatte es die ganze Zeit offen was wie hast du das auch ja natürlich minimiert ja du kannst 2 versionen öffnen ja ich kann ich kann unendlich versionen öffnen wenn ich will ja mach dir 1 20.4 oder 1 20 1 20 kannst du von 1 20 bis 1 20 4 alles nimmst egal ja und was ist am besten 1 20.4 ja dann öffnen mit 1 20 ja dann öffnen mit 1 20 ja bin online lad mich ein lad mich ein lad mich ein lad mich in die Gruppe ein lass ich komme meine meine ich komme in die joint in die wörter Gruppe alles deinsteam spiel warum kann ich mich nicht bewegen ach so stimmt warum kann ich mich nicht bewegen warum kann ich mich nicht bewegen hä Hä? Könnt ihr mich vielleicht einladen? Das kann man nicht Trio spielen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, mach ich. Ja, was ist ein Glocktobus? Das kann man nicht Dings spielen. Trio. Was machen wir jetzt? Aktuell gibt's viele Betrüger, die dich auf Discord hinzufügen. Ich hab keinen WhatsApp-Kanal. Das war nur ein Witz. Ja, wenn man... Nein, das geht so. Weil was ist... Man kann das zu dritt spielen, aber dann ist halt immer einer, immer abwechselnd, immer ein Einzelbild. Ja, wollen wir das machen? Komm, wir machen das. Ja, lass doch. Mach doch. Ja. Wollen wir das besten Kits wählen, na klar? Geh mich im Team. Ja, wo kann man Kits wählen? Auf der Kiste. Was findest du das Beste? Ey, das mit dem Schild ist das Beste. Also für mich. Ja, ja. Für mich. Das sagen sie alle. Ja, das musst du ausprobieren, was für dich am besten ist. Wo kann man das auswählen? Ah, hier. Ja. Ja. Marc hat's auch. Er ist Jäger nicht besser. Was ist das Beste? Keine Ahnung, was Jäger ist. Nee. Weil du hast dann... Weil wenn man... Mittlerweile ist es schwierig mit voller Rüstung manchmal zu kriegen und dann hast du da schon mal ein Statik mit Eisen, DIA und Netherite gemischt. Und ein Schild schon. Das heißt, du kannst blocken direkt. Welches spielst du? Ja, das mit dem Schild. Nein, ich meine von Lukas. Äh, nee. Achso, ich spiel mit Switcher. Ich spiel mit dem Ball. Ich spiel mit dem Schneeball da. Wir haben das Schneeball da. Der spielt Marc. Sind Sie nicht beschissen? Naja, ich werde hier zurückgebacken. Ich werde hier zurückgebacken. Ich werde hier zurückgebacken. Einem Schneeball. Was willst du mit einem Schneeball? Ich spiel mit einem random in einem Team, geil. Ja, ich spiel mit Lugo. Naja, du hast diese Dings gut genommen. Was denn? Du hast mir den... Ähm... Ja. Super. Ja, ich habe auch kein Schwert. Was soll ich mit dem Schwert? Was soll ich ohne Schwert, meine ich? Ja, ich habe auch nichts. Hast du ein Schwert? Achso, doch, ich habe ein Schwert hier. Hä? Komm, Ronna. Wo? Da, du hast aufgesucht. Bringt mir ein Schild was in der Zweithand, ja, ne? Ja, natürlich. Hä? Du musst blocken. Ich nehme es immer in die Mainhand, hä? Ah. Nein, Spaß. So, du bist ja auch wieder. Hm. Hey, ich habe keine Blöcke. Super. Ich habe Blöcke. Ja, danke. Kann man ja bauen? Ja, ja. Kann man. Super. Was bringt mir das jetzt? Ja, auf die Slime-Blöcke. Nicht sterben, ja? Wie soll ich hier runterkommen? Wie soll ich hier runterkommen? Hier ist ein Gegner. Lukas, hilf mir. Ja, der ist gestorben oder so. Nein, der wurde gebannt. Wie geil. Hey, wie kommt man hier runter? Da, auf die Slime-Blöcke. Oh mein Gott. Ja, Junge, ich spiele dieses Spiel nicht. Ach, ne, wie bei dir ist hier, Manns. Alles gut, ich bin Profi, ich kann nur 1.8 PvP. 8.8.8.8.8. Was machst du? Ich bin Profi. Aber ich wollte schon Ballerfly klicken, ne? Nee. Erlebst du noch? Ja, ich bin neben dir. Also, ich... Ich bin Profi auch. Du bist... Naja, klar. Hä? Hä? Ich bin immer am Leben. Alive bin ich. Du darfst nicht Ballerfly klicken, du hast Cooldown, das weißt du schon, ne? Ja, ja, das ist mir klar. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. So, ein Steg brauche ich noch. Steg. Ein Steg. So. Was habe ich zwei Schilder eigentlich eingepackt? Ich habe kein Essen, Scheiße. So, kann man hier 10 T-Toms machen? Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Theoretisch. Rein theoretisch gesehen, ja. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich es safe verkacken würde. Wie macht man das eigentlich? Aber du musst die anzünden, ne? Nur so nebenbei. Junge, ich bin nicht blöd. Ja, auf manches Seifern geht die automatisch an. Hier nicht. Ja. Gomme gönnt nicht. Ja, das stimmt, ne? Achtung, hier ist ein Crystal Revolver. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, das bringt mir mal ein Schild. Blocken. Was machst du blocken? Was macht das Sporn-Eck? Guck mal hier, Lega. Ich zünde dir jetzt an. Achtung, Achtung. Lampfurt Schilder, Mann. Oh mein Gott. Nein. Ich bin tot. Och, du kannst ja wirklich gar nichts. Mach ich nichts runter? Nein. Nein. Nächste Runde. Aha. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Wie kann man das verkacken? Oh mein Gott. Ich komme mit dem Sponsor des heutigen Videos. Genau. Wir kommen zum heute NordVPN. NordVPN. Schleichwerbung. Ich dachte Holzkern. Holzkern. Stimmt. Holzkern. Meine wunderschöne Uhr. Damit sie immer wissen, wieviel Follower sie auf YouTube haben. Sieht man auf der Uhr. Wer kennt's nicht? Ja. Ja. Follower Uhr. Wer kennt sie nicht? Follower Uhr. Was mach ich hier? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Toodlejump. Was ist denn doodlejump? Nee, doodlejumpst, doodlejump, hä? Hä? leben wir nicht auf die falsche maus jetzt ich habe die falsche maus gehabt deswegen jetzt kann ich track klicken wo ich nicht verbraucht super auf der manner andermaus hast du kann es nicht wo es braucht zu bauen super doch so dumm da eigentlich schon wieder warum warum mit einem mensch hat alles gut mit einem mensch er will nicht gerne mit einem mensch in der lobby sein mit dem mensch mit was willst du eigentlich sonst in der lobby sein mit einem mensch das hätte ich jetzt hätte ich auch gesagt das ist so ein clip das ist so ein clip das ist alles wegen diesen blöden anti-cheat wegen kann ich nicht mehr schauen kannst du please mörd was ist mörd 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 ne mach mal mörd kaufmann macht die t-shirt besonders erst genauso wie jeder andere auch dann genau das gleiche wie jeder andere auch erst nur extrem teuer kommt neun kaufmann ist viel wurde von lampo getötet das anti-cheat hat mich in in void beschlossen er an banausen jetzt mal ohne was wann hast du das letzte mal steht da was die schnitzel banausen hier schreiben junge will doch mal dein leben mörder mystery könnten wir wirklich mal machen boah ich habe mich selber angezündet nein habe ich nämlich lange nicht mehr gespielt aber ich bin mal kurz weg wer hat mir keinen bock mehr lukas na klar ist ja klar was hä warum bin ich in der lobby ja weil du auf fighter auszusehen vielleicht gedrückt hast was ich auch immer mache bin ich da mit euch noch in der lobby dann na ja 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 gib mal mörder mystery spielen please was die frage der frage ist nur wo ist der letzte ich muss mal mörder mystery wirklich spielen wo ist der letzte gegner ey lass mal wirklich mörder mystery spielen kann man das auf gommel spielen ne da ist das spiel kein mensch ja dann lass mal auf the hive ne was für die was für die hive hä wo ist der letzte spieler wie hier soll ich was fragen wo ist wie ist tv hä lass mich mach hallo ich glaub der ist despawn der ist da oben bin ich jetzt in der runde warum bin ich in der neuen runde wollen wir mich hops nehmen ne hä slash l aaa jetzt ist der mate alleine super aber die haben doch hier mörder mystery oder nicht hab gewonnen geil gg g what it lass mal wirklich mörder mystery spielen auf der hive ja das wirklich auf der hive digger hä wie kann man das denn sonst spielen nein nein ich meine auf halbpixel achso auf halbpixel ist es auf der hive besser nein schon ja dann lassen wir jetzt auf der halbpixel ja halbpixel ja halbpixel halbpixel ist das beste achso ist es 1 8 das ist doch 1 8 das ist doch 1 8 nein das kann man auch in 1 9 spielen äh 1 20 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 21 22 20 23 21 23 23 24 25 24 25 so jetzt habe ich dich noch mal eingeladen überhaupt seid ihr beide drin ich hoffe murder mystery wollen wir ist der simulator spiel du hält man damit wollen wir spielen so wir sind da wo niemand ist ja kannst du mal in der rückting so ja ich muss ja noch so mensch klicken flessig wollen wir oder in weiter party jetzt macht doch mal hin ja spießt 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 vertreibt da kommt der name besser an nein nicht aus dem namen in uns an junger du niemand darf stream schauen ich bin interessant meine ich habe niemand darf bei mir stream schauen ja mach ich noch nicht ich gucke nur chat aber noch im pc da sich ins klingt ich bin aber Ich glaub ich hab ihn gesehen, ich glaub ich hab den Mörder gesehen, ich glaub ich hab den Simulator gesehen Ich hab den Simulator gesehen Achso jetzt hab ich gesagt, dass ich kein Mörder bin Der Mörder da Ich bin Mörder Ich auch Achso du auch Na jetzt hast du geklappt ne Das ist so eine Duo-Runde Hey, Sebastian gibt's, man kann sich hinter einem Bild verstecken Hey, Sebastian, wann geht's so auf ne Map? Achso Hä? Ach nein, ich weiß wer es ist, soll ich sagen wie das ist Der hat so, genau der Der M-Cop Der M-Cop Der M-Cop Der M-Cop Der M-Cop Der M-Cop Mann, weil er nicht immer voll Spaß Mann, voll Spaß War da nicht mal ein Bild, wo Bevor, dass man den nicht sehen kann, der ihn getötet hat Wo ist das Bild denn? Oh, ich hab's gesehen, ich hab's live gesehen Ich hab mehr darüber Auch Ich hab von ihm getötet Ich hab verfolgt, glaub ich Nö, der ist weg Ok, gut Peace Peace Ich bin genau bei dir Hä? Hä? Hä, ich kann nicht, ich kann nicht das Ding's umzunutzen Oh, Pech, God Biiiast Oh, ich hab so Angst vor dem netten Menschen kinda besser ich brauche eine frage mark warum hast du eigentlich so wenig fps in deinem haus im haus wir machen hier bei play again hast du wenig fps in ihrem haus im haus ist lang 200 ja ich habe hier 1500 drin in dem haus begrenzt begrenzte minecraft doch ich bin das meistens davon halte ich nicht davon halte ich nicht mein kopfhörer wer von euch ist auch innocent ich bin 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 der also weiß ich dass wir da wissen werden jetzt geholt egal ich sehe nichts ich kann mein körper sehen mein toten körper ist das okay was war das jetzt an wetten du bist mörder ist mörder doch ja ja ich hab's auch gesehen ja ja hinter mir wurde jemand gesündet hilfe ja ja wenn du bist kein mörder da gibt es mehrere mörder wenn es eine große runde ist dann zwar keine ahnung ich verstecke mich im schrank nein ich wurde getötet ja guck ich bin es nicht so ist der beweis da ich bin in dir drin also im kopf meine ich ja junge was soll ich sonst sagen du musst in dem schweißwort kill aah da ist er aftys mörderin oder so ich hab denn hinter mir jemanden getötet ja die Frau hört mich aah bist du nicht mörder oder der wo bist du wo bist du man kann eigentlich nix machen wenn der mörder an dir vorbeiläuft was willst du machen wenn der mörder an dir vorbeiläuft du kannst du ja nix machen ducken ja echt wahr ja was ist das immer wenn jemand getötet wird da liegt Mark bei mir ich bin die Bogen ne ne ich bin die Treppe runtergestolpert ah da liegt Mark wie hat's Stefanski Stefanski ok bist du tot eigentlich ja gut dann können wir auch direkt nix runde gehen Digga man macht voll spaß hier ich hab so viel spaß so viel spaß das ist den größten spaß deines lebens äh Junge ich hab einfach mörderungs 3% nur ja ich zwei noch besser warst du schon mörder nein hä nein ich war's warum schreiben die eigentlich rohle mit rohle ja weil das englisch ist Lukas Rowell sag mal schreib mal das Rowell ja wie denn sonst ich weiß wer mörder ist ich weiß wer mörder ist ich weiß wer mörder ist ich weiß der mit dem blau-schwartera skin twist blau-schwar ja ich hab es grad eben gesehen dieser komische äh äh der heißt glaube ich Not really a pro ich habe ihn gesehen blau schwarz auch blau schwarz ich weiß nur wer es ist ich werde verfolgt ich werde verfolgt du bist immer noch erfolgt wer ist es aber nicht oh mein gott nee wer ist es denn oh ich wurde getotet wo hast du getotet aha mark wo hast du getotet warum schreibst du da rein wurdet ihr in der schule früher gemobbt ah ja warst du nicht nachdenken warst du delictiv Lukas ja ich bin gar nicht ein freier bursche bin ich kann mich nicht mal so wirklich erinnern ja perfekt er hat pick up the bow the bow ja ich habe den aufgehoben ja du hast den ja ich habe ihn gerade aufgehoben also im Kindergarten boah das ist was anderes der ist ja im Kindergarten tschüss die beiden wenn man zurück gehen mag da wurde ich voll regal da wurde ich voll regal ja der ist hinter uns ich weiß ich weiß ich brauch nur ein gold dann hab ich ja wie viel gold braucht man ist ja aber ich sehe ihn kann ich ihn noch als geist abschießen kann ich ihn noch als geist abschießen genau als geist als geist wo ist er wo ist er ich hab er kann mal ein schwert werfen ja ja wo ist der typ wie heißt der ja ghost nilu ghost nilu ghost nilu der lebt noch das leben noch drei leute und du bist halt einer von den drei und der ist halt direkt hinter der jetzt da jetzt ist er hier hinten um die ecke gelaufen jetzt ist er im haus jetzt nicht mehr ich hab's ach ach ich hab's ach 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 so ich hab keine mörderchance ich will doch nur mörder werden warte ich mach jetzt so meine chance ist so niedrig mörder zu werden so dass ihr nicht schauen könnt was hä ich guck da sowieso nicht an stream hä ja ist mir doch egal lukas irgendjemand schaut sicher ja dann heißt es ja du bist jetzt mörder weil du es jetzt verdeckt hast aha mark hat sich verraten aber du weißt von dass das irgendwie so random ist was ist random ach echt das ist random boah du läufst du läufst von mir rum ich hab dich rumlaufen sehen du warst direkt vorhin aber Junge wer ist mörder oh hinterher soll jemanden töten safe nicht safe nicht safe nicht aha hallo hallo lukas du bist mörder komm töte mich ich bin die mörder na doch hallo einfach auf die ecke der einde depp der uns hüte bis sich der von vorne aus ja hallo schwarzer fresse ah legend gamer heißt der gelettet zu gehen oha der hat ein ich sag mal lieber nix das ist jetzt schon er bist du tot ne ne dann kann ich ja weitermachen nein naja doch 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 biest du hier bist du du hier bin dich rein ich habe jetzt in dir drin es klingt komisch bin ich mir drin hallo bitte maus funktioniert doch ja wie soll ich jetzt da rund wie dann bleibst du noch on wird gefragt es ist ja schon ich hab noch nie zwölf auf der uhr gesehen ist schon einfach spät ja das ist egal das ist jetzt wirklich spät das ist sehr spät also nicht sehr das ist schon spät aber wir können doch noch bis eins machen oder weniger mehr oder weniger eine stunde weniger jahre ich muss mal schauen wie lange ich noch mal also ich muss es ausmachen er kommt zeigte dass der eine hier wieder ausmachen ich muss ja ich wusste wohin ja du warst ja eine stunde schon afk ja ich gehe da ja 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 ich sehe den hallo hallo wieso kann ich nicht weitermachen in comments to fast ach so bist du ist online deswegen ich so ja da geht doch jetzt ich vom party oder arimo freund so dann spielen wir noch eine runde da was man spielen ja irgendwas anders würde ich sagen sicher ja aber ich weiß ja okay java oder besser meinst du was besser ist was ich besser finde oder wie naja was wir spielen wahrscheinlich kann ich kann ich springen super hallo bitte ach scheiße ich habe meine kieber ins nicht ach ja ich konnte nicht ich habe meine kieber jetzt nicht gemacht warte mal so das hier ist noch sprinten ja boom nein ja ich kommt meine kieber jetzt wieder nicht machen so und sprint options control so die weins für sprint so dann jetzt geht es ja aber ab hey oha was geht denn jetzt ab was geht denn jetzt ab ok müssen wir uns hier mal hier anstrengend hier mein freund ach Junge du schwitzer jetzt wird hier geschwitzt einfach auf zu schwitzen mehr oder weniger mehr oder weniger ach komm nervt nicht geh weg mit deiner angel wer spielt denn angel eigentlich alle aber juckt mich nicht zielt er sich auch noch setz dich selber in lava genau nein wieso habe ich denn zwei auf einmal gegessen bin ich dumm ja frag ich mich auch hallo sterben bitte sterben ja das ist anstrengend mit dir zu spielen ne wusstest du das bist sehr nervig hallo bitte hallo let's go ah ali san kere jali ne willkommen im stream ali s yes viel spart ist ja dein stream du hast ihn ja gerade eben ausgeschworen das langt ja wohl achso ich glaube nicht dass das richtig war keine ahnung mach er die seite hin so was geht denn jetzt ab uuuuuh du bekommst ja wieder in fad ne komm wieder in fad komm wieder in fad er lacht sich auch ja ich sag das war nicht richtig ja er schießt doch jetzt mal ja hab ich doch ein schuss kein treffer junge oh jetzt ist hier aber kurz mehr oder weniger hallo bitte nicht fliegen ich muss immer lachen das regt nicht so auf nein ich wollte gerade diesen kopf essen oder was auch immer das ist ja ein kopf nur ich hab keine keywins ich mach immer alles mit dem mausrad ja ich auch ich hab auch keine keywins gemacht ich nutz nie keywins irgendwie aber jetzt kommen die krassen tricks hier die keine tricks sind nein ich wollte gerade wieder kopf essen man oh jetzt ist mitternacht ja egal lass mal weiter spielen jetzt kommen die wölfe hm haben wir vollmond ne hoffentlich hä wieso hab ich aber immer ein schwert in der hand komm runter ja jetzt habe ich hier ein herz wegen mir verloren wegen mir so haha perfekt perfekt der setzt sich ja immer in lava was ich hab grad mit dem kopf gegessen ich hab mit dem kopf gegessen ich hab mit dem kopf gegessen also ohne pre-gap hätte ich gegen dich keine chance denk ich mal ohne was ohne pre-gap so ja tot ach digger 1 ap pfff das ist das ist so knapp ok jetzt müssen wir hier mal die moves auspacken jetzt mach ich hier wieder 17 cps hier warte mal oh ne muss meine hände vorwärmen oh ne so ich mach zwar kein drag click aber warte mal super soviel das soll ich jetzt auch mal move nehmen so jetzt hab ich hier double butterfly gemacht oder auch nicht nein aha perfekt ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ich bin von meinem eigenen scheiß gelandet und ich bin mit deinem scheiß wasser das hat dich gelöscht hallo hä hä häh ach die runde läuft ja immer richtig schlecht für mich fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Jetzt muss jemand so ein Edit machen Oh ne, jetzt kommt wieder Acapulco Genau, Acapulco Hör, wieso heal ich nicht? GG Wieso heal ich nicht? Mann, dieser Kopf Ich dachte, der Kopf hielt sofort voll, aber der hielt ja nur mit der Zeit Das ist voll kacke Hier gibt mir nur diesen scheiß Effekt da Ach, was schieß ich eigentlich? Ich hatte früher so einen Trick, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das gemacht habe Ich habe dich früher immer ausgetrickst mit irgendeiner komischen Wand Ja, 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 da kommen die Kombos Nein Oh mein Gott Ja, ja, da kommen die Kombos Ja, da kommen die Kombos Ja, da kommen die Kombos Uff, die Freck kommt Hä, ups Ja, ja, da kommen die Kombos Mein was? Mein Lava packt die rum? Digga, what the fuck Ja, ja, da kommen die Kombos Ja, da kommen die Kombos Ja, da kommen die Kombos Digga, es geht ja ab Ah, Finger gebrochen Perfekt Boah, ich habe irgendwie keine Lust mehr Warum ist das so festwertet? Ich glaube in dem Austaus ist das gerade kaputt gegangen Hallo Bitte schießen Hallo Guck mal, hier kann man auch editen Ja, da kommen die Kombos Ja Dumm Warum hier Was baust du denn? Du musst keine 360s in Minecraft machen Oder 90s 360s 360s Ich mache den Vornen immer meine 360s Ja, keine Ahnung Da kommen die Kombos Ja, ja Da kommen die illegalen Kombos Hat er verschossen, ne? Ich glaube, du verschießt auch woanders Äh, wieso stirbst du nicht? Ich stirb nicht Wieso stirb nicht? Denk mal drüber nach Super Ich wollte bauen, Junge Was mache ich nicht? Vielleicht Wasser Nein Oh mein Gott Ja, wir hatten einfach den gleichen Plan Ja Digga Jetzt habe ich meine Lava Ey, danke für deine Lava hier hinten Ja Hä? Wie ist sie nach hinten gewagt? Die hast du vergessen Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Alter Das ist echt anstrengend Was ist das denn jetzt? Ja, vertrau das Geheimtrick Ja, ob wenn die Border mit dir kommt? Nein Geheimtrick Mann, mein Finger tut weh So, jetzt kommt der Drag-Click zum Einsatz Äh Ach scheiße, ich habe verkackt, den Apfel zu essen Naja, Drag-Click, ne? Ja, mehr oder weniger Ja, wenn man das beteiligen möchte Ja, das war auch nicht Aber Gigi Auch an den Finger fangen an zu frieren und zu schwitzen gleichzeitig Die werden kalt, aber schwitzen Ich verstehe das nicht Die können die kalt sein, aber trotzdem schwitzen Verstehe es nicht Ja, das verstehe ich mich auch Oh, mein Wasser ist einfach weggepackt Boah, das ist so ein geiles Edit gerade gewesen So boom, boom Nein Nein Scheiße Ich kann nicht bei Drag-Click fighten So, weißt du Ich habe meine Maus dann nicht mehr richtig in der Hand Und da kann ich nicht mehr so folgen, Junge Kacke Ich muss wieder mehr PvP spielen Ich spiele das eigentlich auch nie 1-8 PvP Aber ich habe das Ich konnte es halt mal Ich muss wieder zurückgeleihen Oh, mein Freund Ah Hör, warum schlag ich mit der Acht nicht dumm Kann sein Warum schlag ich mit der Angel Hallo Scheiße Ey, das sind so schöne Clips Ja, ich kann nicht Drag-Clicken Bin ich behindert Wieso kann ich es nicht Also, jetzt aber Da sind die Kombos Nein, Mann Das ist doch immer so knapp Ah, der ist es zum Fotzen Ah, ja Ich überlege, wann soll ich jetzt noch weiter schlagen In der Hoffnung, dass ich ihn holen Oder soll ich in Chile gehen Mann Ah Ah, wow Perfekt Ich bau Oh Aber Ich werde hier auch zurückgebugged Irgendwas haben die Server gegen mich Ja, kein Aim Ja, ich denke mir wirklich mal schon so Machst du überhaupt was? So, hier sind die Kombos Mehr oder weniger Sehr Kein Bock mehr Was ist das? Ich habe mich so verschlechtert Im Vergleich zu früher Ja, ich aber auch Wir waren mal so gut in Bad Wars und allem Oder hier in PvP Ja, aber so schlecht sind wir in Bad Wars auch wieder nicht Junge, ich kann nichts mehr Ah, super Ich habe sogar meinen Drag-Click verkackt gerade Ich kann nicht Drag-Clicken, das sei das Ding Da bist du einfach besser Ja, aber Ich kann Drag-Clicken, aber ich habe keinen Aim Ja Ich treff dich dann nicht Guck mal, ich probiere jetzt mal in den Fight reinzugehen Ja, bumm Trink mir halt nichts Aber Movement ist auch sehr wichtig Nur so nebenbei Ja, ich Junge Und was kriege ich Damage? Ja, du bist 10 Kilometer entfernt Und ich kriege dann irgendwas Damage Man, bitte Geh doch einmal in die Lava Ach, Digga wieder so knapp Das ist so maximal zwei oder drei Herzen Maximal Keine Ahnung Keine Ahnung Kommt doch runter Und ich habe ein Wort-Emerge verkackt Und peinlich Alles schön auf Video Ja, das ist gut Das ist wichtig Bye-bye Ciao krasser Alex Ciao Bis zum nächsten Mal Würde ich sagen Gute Nacht Na ja, brauchst du gar nicht probieren mit dem Lava Nein, ich habe die DPI verstellt Nein Mann, ich komme nicht unter dich Ich komme nicht unter Das wäre halt doch ein anderer Ja, du weißt aber Ich weine mit dem Ich komme nicht unter dich Weißt du, dass du dann so fliegst Und ich an deine Füße komme Ich komme nicht unter dich Du weißt schon, dass das ist Ja, du weißt, was ich meine Mh, mh Denk dich nicht hoch Kann ich auch sagen Ach, komm Bist du auch so dumm Wieso läufst du jede zwei In dein Feuer Ja, bei Values Ja, Lara Ja, okay Viele Aber trotzdem Viele Pros Auch wenn ich kein Pro bin Aber Ich weiß Was ist das denn? Bin deine eigene gerade reingelaufen Ja, ich komme wieder nicht unter dich Nee, Liga Du weißt nicht Ich bin nicht auf dich Super Ich wollte schneller laufen Durch so bauen Aber ich baue einfach den Block vor mich Super Ui, haut du was Hier sind die Kombos Hier sind die Kombos Und ich sterbe Ich auch Oha Kennst du diese Leute, die Angel und Schwert nutzen? Gleichzeitig Ja Nee Krass Ey, das machst du doch gar nicht Nein, dich, habe ich gesagt Hä, ich mache das nicht Doch, du hast gerade eben Angel genutzt Dann danach Schwertzucht Nee, die machen so So Ja, ich weiß Das war extrem schnell Ja Und dann kriegst du so noch weg Und dann kommt der mit Schwert Ja, gegen die kann ich gar nicht Und Wusstest du, dass die dadurch auch mehr Schaden machen? Weil die machen da so So komische Hits Das ist so eine Taktik Taktidaktik Och, du nervst mich Ich bin schon wieder reingelaufen Aha, super Du bist so schlau Ich weiß Ja, du hast meine Lava wieder weggemacht Ach Nein Komm her Ja, komm her Komm her Du schmeckst so nicht lecker Du schmeckst so lecker Aha Nein Nein, Mann Du warst wieder so low Ich habe mir das Gefühl, du hast ein Lädererinschwert Können wir mal aufhören Nee, können wir nicht Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Mach da ein bisschen L Okay Och, du nervst Ja, ich brenne aber selber Danke fürs Löschen Bitte Wegheißes zum Kotzen Nein, bitte, 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 bitte Komm, let's go Knapp, Mann Wieder so knapp Ja, ich werde so langsam ein bisschen schläfrig Ich auch Irgendwie meine Hand tut langsam weh Aber egal, scheiß drauf Ich schlaf schon fast, aber Egal Boah, ich kann ja gar nichts mehr schießen Boah, du nervigst Meine Lava Also, die hole ich mir jetzt So, weg damit Ja, weg damit Habe ich aber keine Lava mehr Weg mit dem Dreck, doch, hast du Oder? Ja, ja, ich weiß Alter Ich freck an dir noch, Mann Ich verletze meine Lava in Ruhe Du gehst mir auf den Sack Ich meine, auf die Nerven Ach, komm doch her Mach ich doch Ja, komm doch her Ja, du sollst herkommen, wenn ich das will Nicht, wenn du willst Zum Beispiel, jetzt sollst du abhauen Jetzt sollst du abhauen Er wird ja immer besser Oder er hat gesagt, ich werde schlechter Ja, ich bin auch schlechter Ja, ja Kann nicht mehr so gut geladen Nicht mehr so viel Ach, Mann Schon wieder Schwert in die Hand genommen Nee, warum läufst du nicht rein? Lauf doch rein, Mann Immer wenn ich nicht in die Lava reinlaufe, dann gewinne ich Oh, ich hätte dich verfolgen sollen Was? Achso Immer wenn er nicht in die Lava Ich hab dich nicht verfolgt Das war schlecht Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe Warum hat man eigentlich eine Axt so? Ähm, ja keine Ahnung Zum Abbauen von dem Holz Ach, Junge, jetzt verliere ich wieder Bad Omen Bad Omen, guys Seit wann schläfst du? Man Was war das denn? Ja, frag ich mich auch Ja, auf einmal der Hack Nein, ich bin in meine eigene Lava rein Sehr schön Oh, jetzt war ich slow Ich bist weggegangen, wenn ich eine AP hatte Och, Junge, danke Nein, bleib einfach im Leib Hast du überhaupt noch Wasser? Ja, hast du Hä, was war das denn jetzt? Ich hätte einen Lava-Turm gebaut, wenn du kein Wasser mehr hättest Och, Junge, Scheiben Äh, Scheibenkleister Es ist so spannend immer Nicht wirklich Hä? Es ist ein Falsschaden gestorben Ja Junge, die Runden werden immer besser Hm, finde ich auch Ja Es ist schon zu spät für mich Ja, für mich auch, Junge, ich bin so müde Obwohl, eigentlich bin ich gar nicht müde Du bist immer besser Ich habe heute 13 Stunden geschlafen, Ticker Uff, mein Ernst Junge, ich habe bis halb eins geschlafen, ohne dass ich es wollte Warum auch immer, ich schlafe nie so lang Und jetzt bin ich halt eben gar nicht müde Wahrscheinlich Nein Hä? Ich habe Lava gedupliziert, hä? Woher habe ich eine andere Lava? Hä? Ich habe Lava geplaced und mein Eimer war noch voll, hä? Nein Nein Wieder weg Nein, bitte weg Nein Irgendwie Ja, der war doch wieder so low, Mann Was ist das für eine Map in der Bar? Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung Ich merke mir die Maps nicht Nach der Runde will ich, glaube ich gehe auf oder so Äh, wo ist denn? Nein, du nervst mich Jetzt backe ich hier ein Wasser Äh, warum bin ich zurückgepackt? Äh, ich bin nicht dumm Nicht Meine Freund Ha, das war mein Plan Hey, wie hast du denn das jetzt gemacht? Jetzt backe ich hier den Boden fest Oh, schade Jetzt ist er wieder in Lava gelaufen Geil Es ist doch ein Lächer, ne? Ich glaube, der hat keinen Lava mehr Was willst du mit Wasser? Ja, dann bist du langsamer Oh, das war das Falsche Ich war weg mit den Lava Ey, jetzt hat er den Trick gekopiert Hab ich In der Tat Oh, so knapp So unangenehm Knapp Oh, so langsam werde ich wieder warm Ja, aber nach der Runde muss ich auch Denk ich Ja, doch Nein Super Da ist er in seinen eigenen Trick gelaufen Und nochmal reingelaufen Nein, ich brauche Wasser Ich brauche Wasser Du bist doch durchgelaufen Ja, endlich Oh Mann, du warst doch durchgelaufen Nee, also ich Ja, ja, hallo Ja, hallo Ja, jetzt kannst du nicht mehr schlafen Wegen so viel Action Ja, ja, ja Was war das? Warte Lassen Sie mich was überlegen Ja Ich muss was testen Lassen Sie mich was testen Lassen Sie mich nichts testen Okay Nicht Hä? Warte mal Wo bin ich denn jetzt? Bin ich stumm? Ich glaube Ich bin eingeschränkt Ja, wieso geht denn das nicht Bin ich stumm? Wieso klappt das nicht so Wie ich möchte Dass ich's möchte Ich glaube Google mag mich nicht so Google Das könnte sein Ich muss sagen Das ist eine Frechheit Was ist denn jetzt? Google Bin ich blöd Oder bin ich blöd? Du bist blöd Echt? Ja Ah, ich hab Einrastfunktion an Ne, hab ich nicht Einrastfunktion Digga, wer hat Einrastfunktion an? Ja, wer macht sowas denn auch an, Junge? Am Ende nochmal ein Megamill promoten Was? Alle Alle? Ach, falscher Spawn Auch falscher Alle auf mir Falscher Spawn Ist halt niemand da Ah Aber später im BOD Megabit besser Na gut Promote Darf ich's jetzt? Geht alle auf Ähm Fortnite Nein Nein Kein Fortnite Ähm Hä, wieso nicht? Magst du kein Fortnite? Hm Boah, ich glaub Ich muss Bei Minecraft Den eingeschränkten Modus aktivieren Was? Ja, für andere Die eingeschränkten Achso, sorry Da gehörst du ja dazu Stimmt Nö Eigentlich Pfff Also Hoffe ich nicht Ja, okay Äh, aber wieso Ist es so wie es ist? An der Stelle Benende ich jetzt auch Den Stream Sicher? Ja Jeder, der noch da ist Ich wünsche gute Nacht Wer noch jemand da ist Wer noch jemand da ist? Wir raiden jetzt erstmal Mr. B Auf YouTube kann man nicht raiden Ja, ich würde dann sagen Alle Leute, die jetzt kommen Bitte einfach in den Twitch-Stream von Ähm Niemanden gehen Ich würde einfach auf den Schlaf gehen Lernen auch Mit Mathe Ja, genau Wir kommen nie wieder Ciao, ciao Würde ich sagen Ciao Ja, ja Morgens streamt er vielleicht nochmal Der komische Typ hier Der komische Typ von YouTube Sich wieder reinschauen Und bis irgendwann mal Ja, genau Was? Ciao